Hallo und herzlich willkommen bei Instalot heute Kapitel 20 von My Daddy is a Hero und wir nähern uns langsam dem Ende, das nochmal kurz klarzustellen. Also ich habe überhaupt gar nichts gegen Shannon oder Chris Sachen zum Vorlesen, zum Analysieren. Ich kenne mich mittlerweile, also vielleicht auch ein bisschen ungewollt, so gut aus mit dem Fall, dass ich viele Fragen direkt beantworten kann mit 99%iger Sicherheit, ohne irgendwie nachschauen zu müssen. Das habe ich bei anderen Fällen natürlich nicht. Das heißt natürlich, dass es für mich jetzt auch ein bisschen leichter ist, wenn ich Chris Watts Sachen mache. Ich habe da nur ein bisschen die Sorge, dass es manchen von euch vielleicht einfach so ein bisschen langweilt. Also ich kann natürlich immer wieder dasselbe machen und dasselbe und dasselbe und bin total glücklich darüber, weil es immer dasselbe ist, sowieso, keine Ahnung, so ein System. Ich verstehe einerseits, dass andere da ein bisschen genervt sind, andererseits müsst ihr da auch ein bisschen verstehen, dass ich da halt wirklich mit diesem Kanal einige Lebewesen ernähre und ich meine jetzt Katzen damit. Und ich kann da jetzt nicht einfach da auch komplett damit aufhören, weil die Einnahmen, die beruhen wirklich zu 70% nur auf die Chris Watts Sachen. Es gibt da einige, die dann auch sagen, ja, sie würden gerne andere Sachen hören und dann mache ich andere Sachen, aber dann sehe ich euch gar nicht. Ich meine, wo seid ihr denn dann? Also ich mache dann wirklich neue Fälle, aber ihr seid dann gar nicht dann auf den neuen Fällen drauf. Also ich sehe euch weder in den Kommentaren noch sonst irgendwie. Also einerseits gibt es da wirklich nur wenige, die dann irgendwie so schreien und sagen, die hätten gerne neue Fälle. Ah, da mache ich neue Fälle oder die schicken mir auch Fälle zu, die ich bearbeiten soll. Die bearbeite ich dann und das dauert halt dann nur mal, weil ich halt auch ein Mensch bin, eine Mama bin und Vollzeit arbeite. Dauert es dann halt zwei, drei Wochen, bis es dann mal hochgeladen wird, aber die sind dann weg. Also bitte nicht sauer sein, wenn ich dann einige Fälle dann einfach nicht mehr bearbeite, weil ich da einfach auch gar keine Lust mehr drauf habe. Weil es wird dann vorgeschlagen, welchen Fall ich dann durchgehen soll. Dann gehe ich diesen Fall durch, nehme mir endviel Zeit. Das ist richtig viel Arbeit. Das ist Zeit, die ich dann wirklich dann mit meinen Kindern verbringen könnte. Und dann auf einmal seid ihr dann weg. Also dann wird da nicht mehr kommentiert, weil ich dann einfach dann drei Wochen zu lang gebraucht habe dafür. Es ist wirklich schwierig. Ja, also jetzt wirklich echt nicht falsch verstehen. Also mich stört das gar nicht, Chris Watts, Sachen hochzuladen. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, weil ich mir dann schon Arbeit mache mit den anderen Fällen. Aber gut, ist halt da nicht interessant. Habe ich jetzt auch schon öfters gelesen. Da ist ja nur eine Person gestorben. Ist nicht so spannend. Es ist ziemlich abgebrüht. Also wirklich schon krass, sowas zu sagen. Aber gut, ist halt dann jetzt so. Vielleicht härtet man ja auch einfach ab mit der Zeit. Ich wollte aber einfach nur sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich dann auch andere Chris Watts Bücher dann übersetzen werde. Was zur Folge hat, dass natürlich manche dann sagen, okay, das reicht ihnen jetzt. Die gehen jetzt. Defollow steht immer jedem zur Verfügung. Kann jeder machen. Ihr müsst aber halt dann, wenn ihr defolgt und auch nicht mehr guckt, müsst ihr halt dann aber auch begreifen, dass ich das jetzt hier nicht aus Jux und Tollerei mache. Ich kann nicht einfach von heute auf morgen jetzt mit den Chris Watts Fällen aufhören, weil wer ernährt denn dann die Katzen? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier so Spenden kriege oder sowas. Also ich habe ganz liebe Leute, die spenden dann wirklich was. Ihr seid zuckersüß und ich danke euch sehr, sehr dafür. Auch wenn es nur kleine Beträge sind, das ist halt einfach Gold wert. Oder manche sagen, die schauen die Werbung nicht und spenden dann einfach was. Also ihr seid wirklich Zucker. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist aber wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Und wenn ich jetzt aufhöre damit, wer zahlt denn? Wer zahlt denn dann die Katzen? Ich kann doch jetzt nicht zu den Katzen gehen und sagen, du, es haben sich so viele Leute beschwert, dass ich Chris Watts Fälle mache. Ich habe jetzt einfach aufgehört damit, weil mir ist es ja wichtig, dass alle glücklich sind. Aber ihr habt jetzt nichts zu essen. Ich meine, das Geld muss ja von irgendwo kommen. Ich habe jetzt damit angefangen und ich habe jetzt da so monatlich mein kleines Einkommen. Das gebe ich für die Katzen aus, sich so eine Entwurmung kostet und die müssten ständig entfloht werden. So eine Tablette reicht jetzt auch nur für einen Monat. Eine Tablette kostet zehn Euro. Und ihr kennt die Fotos. Das sind einige Katzen, die ich da so habe. Und das muss ich jeden Monat machen. Ja, da kann ich jetzt nicht einfach aufhören und mit den Katzen sprechen, diskutieren und sagen so, du, du, die wollen das jetzt nicht mehr. Ich muss da jetzt radikal Schnitt machen, damit ich neue Follower kriege. Nö, dann sind mir die Katzen dann wichtiger. Dann muss ich halt über die zwei, drei Kommentare hinweg gucken, wenn es dann heißt, es ist zu viel Chris Watts und muss halt dann einfach da weitermachen. Weil Lebewesen sind Lebewesen und die sind dann ein bisschen wichtiger. Und mich stört es ja auch nicht mit Chris Watts. Es ist halt nur schade den anderen Fällen gegenüber, weil ja eigentlich der Kanal ja auch so ein Denkmal sein sollte für alle Opfer. Ja, aber ich denke, das ist, ihr wisst, wie ich es meine. Und deswegen nochmal vielen Dank an alle, die die Werbung nicht wegklicken. Und danke, dass ihr immer live dabei seid. Ich freue mich auch immer über alle, die auch nur wegen Chris Watts kommen. Weil wie gesagt, ich könnte da ewig drüber reden. Ich verstehe aber auch die andere Seite, wenn es dann heißt, das ist einfach zu viel Chris Watts. Ja, kann ich verstehen, aber wir haben echt viele True Crime Kanäle. Und da muss man halt dann, wenn es einen nervt, ich kann es nicht jedem recht machen. Es ist halt einfach so. Es ist auch gar nicht meine Aufgabe, jedem alles recht zu machen. Und es gibt immer irgendjemand, der blöd schaut, der irgendwie schief daherschaut und sagt, oh, was ist denn das für ein Fall? Und wie hört ihr sich denn an? Es ist halt so. So, fünf Minuten, über fünf Minuten gelabert über Chris Watts wieder. Jetzt startfrei für den einen, der sagt, ich bin total fanat in Chris Watts. Ja, bin ich einerseits auch. Weil ich, hey, der finanziert die Katzen. Natürlich bin ich da irgendwo fanat. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn das alles nicht passiert wäre mit ihm. Und ich hätte einen anderen Weg gefunden. Aber mei, ist halt jetzt einfach so, ne? Okay, also Kapitel 20. Ein gescheiterter Psychopath. Meine Theorie ist, dass Chris möglicherweise mit Empathiedefiziten geboren wurde. Er könnte möglicherweise sowohl ein Psychopath als auch ein kommunaler Narzisst sein. Er hat sicherlich Züge von beiden. Ich glaube, dass ein perfekter Sturm aus psychopathischen und narzisstischen Zügen in Kombination mit Beziehungsstress, äußeren Einflüssen und der Neigung des menschlichen Gehirns zur Gewalttätigkeit ihn gewalttätig werden ließ, worauf wir gleich noch eingehen werden. Chris weist viele Merkmale der Psychopathie auf, obwohl die meisten davon erst in seinen 30ern offensichtlich wurden. Der Durchschnittsmensch denkt bei Psychopathie und Soziopathie und Narzissmus in recht einfachen Begriffen, obwohl es eigentlich viel komplexer ist. Wenn die meisten Menschen an einen Psychopathen denken, denken sie an jemanden wie Ted Bundy. Das heißt, sie denken, dass alle Psychopathen Gewaltverbrechen begehen. Viele Menschen glauben auch, dass eine Person nur dann ein Psychopath sein kann, wenn sie eine Vorgeschichte von Gewalttätigkeit hat, zum Beispiel durch das Quälen von Kleintieren oder anderen klassischen Warnzeichen. Dies trifft zwar auf einige Psychopathen zu, die mit einer Verhaltensstörung beginnen, die später in eine antisoziale Persönlichkeitsstörung übergeht, aber nicht alle Psychopathen zeigen Anzeichen von Gewalt oder missbräuchlichem Verhalten. Tatsächlich gibt es viele psychopathische Menschen, die sich unter uns herumtreiben und als Gemeinschaftspsychopathen bezeichnet werden können. Ich habe mit Kim Gorgens gesprochen, einer klinischen Professoren an der Graduate School of Professional Psychology der Universität Denver. Sie ist Expertin für kriminelles Verhalten, hat über Gemeindepsychopathen promoviert und lehrt Psychologie des kriminellen Verhaltens an der Universität Denver. Sie sagte mir, ich betrachte Psychopathie als eine Eigenschaft, die einige Vorteile in Bezug auf Führung, Politik und Beziehungen mit sich bringt, aber natürlich keinen Mord. Wir untersuchen Psychopathie bei inhaftierten Personen und das sind die Leute, die darin nicht besonders gut sind. Ich finde es faszinierend, dass Professoren wirklich Psychopathie sagen, denn das ist eigentlich kein offizieller Begriff, aber ich weiß nicht, in Amerika ist ja auch vieles anders. Weiter geht's. Chris Watts ist ein gescheiterter Psychopath wie viele andere, die wegen der gleichen Art von Verbrechen im Gefängnis sitzen. Nochmal kurz mein Einwand, also im letzten Kapitel hat sie eigentlich irgendwie ein bisschen abgewendet davon, gesagt, naja, Psychopath glaubt es jetzt nicht, eher das mit Narzissmus und jetzt wird es wirklich sehr thematisiert mit der Psychopathie, wie sie es gerne sagen. Ich hatte ja schon ein Video gemacht zu im Kopf von Chris Watts. Ich finde, in dem Buch wird allgemein irgendwie so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass wir dann doch irgendwie alle glücklich machen, es soll schon ein Bestseller werden. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich gesagt habe, wir setzen zehn Psychologen, Psychiater und Therapeuten in einen Raum, die werden auf alle Fälle sich dermaßen in den Haaren haben, weil jeder meint, dass er recht hat und jeder denkt, dass er seine Theorie und sein Befund das einzig Wahre ist und dasselbe haben wir jetzt hier auch. Ich bin ein bisschen weggegangen von der Theorie mit der Psychopathie, jetzt wird es aber schon wieder irgendwie thematisiert bei ihr. Wenn ich mir die Kommentare von euch durchlese, also ich glaube, es ist ganz oft so der Fall, dass wenn ihr Kommentare schreibt, schreibt ihr das im Effekt heraus, wenn ich was gesagt habe und könnt dann aber nicht mehr folgen. Also viele folgen dann nicht mit dem, was ich da noch sage und mich erkläre. Ich rede manchmal, also oft auch viel zu viel und fange Sätze an, die ich dann erst in zehn Minuten wieder beende. Es ist teilweise schwer, mir zu folgen, ich weiß. Aber ganz oft, weil das, was ihr schreibt, wird dann meistens dann auch erklärt von mir und hat sich dann eigentlich schon getan. Also meistens hilft es einfach, das Video mal kurz zu stoppen und dann einen Kommentar zu schreiben oder vielleicht das Video einfach vielleicht noch fünf Minuten weiter anzuhören, weil dann würden viele Kommentare gar nicht entstehen, denn ich habe den Anschein, dass viele wollen und viele auch der festen Meinung sind und sich ja total reingelesen haben, dass die ja auch wirklich sehr sicher sind, dass er ein Psychopath ist. Also ich lasse jedem seine freie Meinung, so bin ich schon immer gewesen. Ihr könnt sagen, was ihr möchtet dazu, solange ihr nicht irgendwelche Autoritäten irgendwie unterbuttert mit euren Meinungen, denn lesen kann man viel, aber so Studium und Ausbildung und Praxis vor allem lässt sich nicht durch ein Buch oder auch nicht durch zwei, drei Bücher ersetzen. Deswegen, aber wie gesagt, man setze viele Psychopathen, genau, Psychologen in einen Raum und jeder wird zu einer anderen oder beziehungsweise es wird noch zwei, drei andere Befunde geben. Und das ist halt einfach bei wissenschaftlichen Berufen ist das so, weil in der Physik ist das auch so. Also wir haben eigentlich feste Variablen, wir haben unseren Algorithmus, aber trotzdem gibt es ja jemand, der das komplett zerfetzt und sagt, so ist es aber nicht und der festen Meinung ist, dass er auch Recht hat. Also das liegt irgendwie in der Natur des Menschen, dass er wirklich der Überzeugung ist, dass er Recht hat und die anderen sind dumm. Und das gibt es gerade in solchen True Crime Fällen ganz, ganz oft, dass es Leute gibt, die wirklich nichts zu tun haben und den ganzen Tag sich hier so fest informieren, über einen Fall und auch wirklich, ihr glaubt das nicht, tatsächlich dann aber auch in Colorado bei der Polizei anrufen. Ich habe da auch schon mal eine Anfrage bekommen, der hat gesagt, er braucht Hilfe, weil er weiß jetzt, was passiert ist und er muss unbedingt jetzt einen Termin ausmachen mit dem Baumhover, weil er löst das jetzt. Ja, na, also ich lese jetzt einfach mal weiter. Chris Watts ist ein gescheiterter Psychopath wie viele andere, die wegen der gleichen Art von Verbrechen im Gefängnis sitzen. Gorgens hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Die einzigen Psychopathen, die wir untersuchen, sind diejenigen, die inhaftiert sind und ihre Psychopathie nicht zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Da Chris Watts keine Anzeichen einer Verhaltensstörung oder einer antisozialen Persönlichkeitsstörung zeigte, ist es leicht anzunehmen, dass er kein Psychopath ist, aber wir berücksichtigen nicht die Psychopathen unter uns, die nicht im Gefängnis sind und es auch nie werden. Da habe ich ein Problem mit, weil irgendwie assoziiert sie Empathielosigkeit direkt mit einer Psychopathie. Psychopathie an sich nicht als Begriff so eingetragen und empathielos gibt es einige Menschen. Es gibt neurologische Schäden im Kopf und deswegen sind auch manche Menschen, auch durch Kindheitstraumata, haben sie ein reduziertes Empathievermögen, was aber niemals sofort auf Psychopathie zu schließen ist, weil dann müssten ja wirklich einige Leute aus der Chefetage im Gefängnis sitzen und ich glaube, das bestätigen jetzt gerade auch einige, aber ganz so einfach ist es ja dann nicht. Also ich finde, sie macht es sich da jetzt, ich möchte sie jetzt nicht anfangen, aber das ist jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen, er ist empathielos, da war definitiv ein Kindheitstrauma, der muss ein Psychopath sein, weiß nicht. Ich weiß nicht, weil dann müssten ja viele sich jetzt eigentlich verstecken und sagen, oh mein Gott, ich bin ja auch ein bisschen so, bin ich jetzt auch ein Psychopath? Nein, meistens nicht, meistens nicht. Okay, weiter geht's. Viele dieser Menschen sind nicht gewalttätige Psychopathen, aber alle haben eines gemeinsam, das fehlen typisch menschliche Emotionen und Empathie. Bei weiteren Nachforschungen stieß ich völlig fasziniert von der Idee der Psychopathen unter uns auf einen Artikel auf Talkspace.com von Athena Walker. Walker argumentiert, dass Psychopathen mythologisiert und dämonisiert werden, basierend auf den Psychopathen, die inhaftiert und studiert werden, die ihrer Meinung nach nur einen Bruchteil der Gesamtpopulation der Psychopathen ausmachen. Sie fährt fort, Folgendes zu sagen, Das Abwägen von Informationen und das Entscheiden über Handlungen auf der Grundlage sozialer Ergebnisse entfällt weitgehend. Die meisten Menschen handeln so, wie es ihnen ihr inneres Gefühlsleben vorgibt und das macht die menschliche Interaktion viel einfacher, denn jeder ist auf derselben Seite. Wir sind es nicht. Psychopathie ist eine abweichende Struktur des Gehirns, die sich erst nach dem 25. Lebensjahr bemerkbar macht und zu diesem Zeitpunkt kann man sie als psychopathisch diagnostizieren, sofern die Umstände dafür gegeben sind. Uns fehlt es an Einfüllungsvermögen. Wir haben keine Angst, keine Traurigkeit, keine Besorgnis, keine Reue. Uns fehlen viele der Dinge, die uns in einem stillen Code erklären, wie wir uns gegenüber anderen unserer Art und der Welt im Allgemeinen verhalten sollen. Ja, wow, okay, gut, sie hat jetzt eigentlich gerade so einen Asperger erklärt. Also heißt es ja theoretisch, dass alle Asperger auch Psychopathen sind. Also bestimmt wurde das dem ein oder anderen Autisten mal an den Kopf geworfen im Streit, weil andere Nervenzusammenbruch kriegen, aber sie die Ruhe selbst sind und einfach ganz, ganz pragmatisch erklären, wie die Sachlage gerade ist. Bei uns Autisten ist es auch oft so, dass wenn jemand hinfällt, wir dann nicht irgendwie lachen oder irgendwie anfangen zu weinen, sondern wir überlegen, okay, hast du dich verletzt? Jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich eine Mullbinde, einen Dreiecksverband und Desinfektionsmittel, am besten Beta-Isadona. Vielleicht sollten wir noch ein CT machen, falls du auf den Kopf gefallen bist. Und das ist dann eigentlich nicht empathielos, das ist einfach nur sehr lösungsorientiert und es hat eigentlich nichts mit Psychopathie zu tun. Also es gibt bestimmt einige Menschen, die sagen, okay, das muss ein Psychopath sein, obwohl es ein ganz normaler Asperger ist, der sehr pragmatisch denkt. Was jetzt nicht heißen soll, dass Chris Watts ein Asperger-Autist ist, da habe ich keine Ahnung, weil ich habe nie wirklich live mit ihm gesprochen. Das kann man so nicht sagen, außerdem fehlen da die Tests. Aber diese Eigenschaften treffen ja wirklich auf viele Ich-Störungen und andere neurologische Störungen zu. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur Psychopathen sind, ob man das jetzt so sagen kann. Ja gut, lesen wir jetzt mal weiter. Stattdessen müssen wir entweder unterrichtet werden oder es selbst herausfinden. Nichts, was Neurotypische tun, ergibt für uns einen Sinn. Es ist, als würde man versuchen, einen fremden Film ohne Untertitel und ohne Szenenkontext zu verstehen. Wir beginnen einfach zu imitieren. Je älter wir werden, desto besser werden unsere Fähigkeiten, aber am Anfang sind wir schlechteren. Ein weiteres Problem ist, dass wir lernen müssen, welchen Wert der neurotypischen bestimmten Verhaltensweisen beimessen, die uns wertlos erscheinen. Wir müssen kognitives Einfühlungsvermögen entwickeln und unsere Interaktionen danach ausrichten. Wenn wir älter werden, zwingen uns die Unterschiede zwischen uns und unseren Mitmenschen dazu, eine Maske zu entwickeln, die es uns ermöglicht, wie alle anderen zu wirken. Neurotypische Menschen entwickeln soziale Masken, eine Selbstdarstellung, die sie in ein möglichst gutes Licht rückt. Psychopathische Masken sind viel komplexer und detaillierter. Diese Masken sind eine völlig andere Person und je ausgefeilter die Maske ist, desto offensichtlicher ist es für uns, dass wir ganz anders sind als die Menschen um uns herum. Die meisten von uns werden jedoch nicht einen Moment lang denken, dass sie psychopathisch sind. Als Menschen Gruppen bildeten, wollte ich nie dazugehören. Wenn andere in Zeiten der Not zueinander fanden, sah ich keine Notwendigkeit. Probleme in der Familie, die es zuweilen zuhauf gab, haben mich einfach nicht beunruhigt oder in irgendeiner Weise berührt. Das beunruhigte meine Eltern so sehr, dass sie annahmen, ich würde Dinge auf gefährliche Weise verdrängen. Nach der Lektüre von Walkers Artikel war ich verblüfft, wie sehr ihre Selbstbeschreibung genau nach Chris Watts Klang. Ja. Die Autorin ist ja auch ein absoluter Chris Watts Profi. Also sie hat ihn bestimmt schon mehrmals getroffen und beziehungsweise kennt sie ihn schon seit Jahren, dass sie auch weiß, wie er ist ohne Maske. Weil es ist ja nicht so, dass sie das Buch geschrieben hat, wie sie selbst schon bestätigt hat, auf Vorlagen von Shilin Cadel auf den Briefen und Gesprächen mit Leuten, die ihn kannten. Diese Gespräche, die ein paar Stunden gedauert haben. Also das ist nun wirklich eine sehr professionelle Aussage von der Psychiaterin hier oder psychiatrischen Therapeutin. Das, was sie da gerade gelesen hat, trifft eindeutig auf Chris Watts zu. Ja. Okay. Chris scheint genau das zu sein, was Georgians gesagt hat. Ein gescheiterter Psychopath. Es ist sein völliger Mangel an Empathie, Reue und normalen menschlichen Gefühlen, der ihn in die Lage versetzt hat, seine gesamte Familie hinzurichten. Shanann Watts hätte mit einem Psychopathen verheiratet sein können und würde es nicht mal merken, weil die Maske, die er aufgesetzt hat, einfach so gut war. Wie Athena Walker sagt, denken die meisten Psychopathen nicht, dass sie psychopathisch sind. Und ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Chris das nie getan hat und auch jetzt nicht tut. In den Informationen, die wir aufgrund von Interviews mit Chris haben, stimmen seine Selbstbeschreibungen auf unheimliche Weise mit denen von Athena Walker überein. Wenn wir uns erinnern, war Chris sehr distanziert, als sein Vater mit einem Drogenproblem zu kämpfen hatte. Er meinte, er habe sich nie darum gekümmert, einen Haufen Freunde zu haben oder irgendeiner Gruppe anzugehören und er habe alle seine Probleme für sich behalten. In schwierigen Zeiten hat er nie andere aufgesucht. Am auffälligsten ist sein Mangel an Emotionen. Der Unterschied zwischen Athena Walker und Chris Watts ist, dass Chris Watts ein gescheiterter Psychopath ist. So, ich möchte bitte nur noch mal wiederholen, also wenn du das jetzt hörst und jetzt panische Angst kriegst, dass du vielleicht ein Psychopath bist. Grundsätzlich empfehle ich ja jedem mal zum Therapeuten zu gehen oder auch zum Psychiater und sich mal durchchecken zu lassen. Wobei, wenn du keine wirklichen Sorgen hast, dann solltest du das jetzt vielleicht gerade nicht machen, weil ich habe gehört, es gibt einen extremen Therapeutenmangel in Deutschland und man wartet sehr, sehr lange. Also wenn jemand schon wirklich ein akutes Problem hat, muss er sehr lange warten, weil es andere Leute gibt, die jetzt einfach mal prophylaktisch gucken wollen. Schwierig jetzt gerade. Sollte mal Luft da sein, dann vielleicht sollte man mal testen. Aber das meine ich jetzt gerade gar nicht. Ich möchte eigentlich nur sagen, wenn du dir jetzt schon Sorgen machst, ob du vielleicht ein Psychopath bist, das ist schon mal das erste Anzeichen dafür, dass du eigentlich keiner bist. Weil, wie gesagt, Psychopathen wimmeln immer ab. Wenn du dir jetzt Sorgen machst, könnte ich einer sein, bist du es zu 90% jetzt eigentlich nicht. Ich möchte damit sagen, dass es ganz schön krass in einen Topf geworfen wird, weil es gibt Mentalitäten, dazu zählen auch die Deutschen, die sind da ein bisschen kühler. Vielleicht ist es in Amerika nicht so, vielleicht sind die alle total herzlich, gerade so vielleicht Texas, Arizona die Ecke, da trifft man sich in der Bar und ist einfach offen gegenüber. In Deutschland ist es in vielen Ecken jetzt nicht so, dass man, gerade wenn man frisch zugezogen ist, jetzt einfach jetzt in der Kneipe reingeht und da jetzt sagt so, hi Hans, hi Werner, hallo Gerda. Ist nicht immer so. Also viele sind für sich gerne alleine und das heißt jetzt nicht, dass sie empathielos sind oder dass sie sozial unbeholfen sind. Sie entscheiden sich einfach frei dafür. Das ist auch ein Teil der Erziehung. Die Kinder werden so erzogen. Ich bin auch so aufgewachsen. Für mich ist es einfach, sei ruhig, jetzt benimm dich nicht so und sei nicht so laut und geh vor allem nicht einfach in irgendwelche Räume rein und sage, hey, ich bin jetzt hier, lass mal feiern oder so. Ist auch gar nicht mein Ding. Ich weiß nicht, vielleicht ist es in Amerika so, aber macht euch da keine Sorgen, weil wenn ihr dann jetzt nicht so seid und sagt irgendwie, okay, ich gehe mit Problemen anders um wie andere, heißt das jetzt nicht automatisch, dass du ein Psychopath bist, auch nicht, dass du ein Autist bist. Das kann einfach deine Erziehung sein oder deine Art sein, mit Problemen umzugehen. Nicht jeder ist so, dass er sagt, oh mein Gott, mein Vater hat ein Drogenproblem, ich heule jetzt. Es gibt Leute, für die ist es ein absoluter Nervenzusammenbruch, wenn die Eltern sich scheiden lassen und du bist halt jetzt 30 und dann fängst du an zu weinen. Ist für die meisten ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, okay, du bist jetzt schon erwachsen mit 30, solltest du damit klarkommen, dass deine Eltern eigenständige Personen sind, die können sich frei dazu entscheiden, jetzt sich jetzt scheiden zu lassen. Ist kein Weltuntergang, hat mit dir eigentlich gar nichts zu tun, eigentlich bräutest du da gar nicht weinen. Wenn da manche weinen wollen, ist es total, auch total normal und auch sollte auch verstanden werden. Also auch okay. Aber ab einem gewissen Alter ist es vielleicht einfach, naja, nicht mehr so. Deswegen, jeder geht anders mit Problemen um, mach dir da keine Gedanken, dass du da jetzt vielleicht, keine Ahnung, ein Psychopath bist. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, weiter. Asperger-Syndrom. Ich weiß, dass es Spekulationen darüber gibt, dass Chris Watts ein Asperger-Syndrom haben könnte, eine Erkrankung aus dem Autismus-Spektrum. In der Regel sind Menschen mit Asperger-Syndrom auf dem höheren Spektrum angesiedelt. Menschen mit Asperger-Syndrom sind dafür bekannt, dass sie in der Gesellschaft ziemlich unbeholfen sind. Ja, das ist jetzt wieder sowas. Nee, nee, echt nicht. Eigentlich nicht. Vielleicht mit zehn Jahren, aber ab 30, da hast du dich schon so an die Gegebenheiten gewöhnt. Ein paar, die sind vielleicht ein bisschen unbeholfen oder putzig, süß, aber viele sind eigentlich schon, naja, wie sagt man, objektiv. Genau. Sie übersehen soziale Signale, zeigen wenig Emotionen, konzentrieren sich gern auf ein einziges Thema, wiederholen Dinge häufig und mögen keine Veränderungen. Könnte Chris das Asperger-Syndrom haben? Natürlich ist das möglich und es gibt einige Überschneidungen mit Psychopathie. Aber ich glaube, dass er eher zum psychopathischen und oder narzisstischen Typus neigt. Obwohl Menschen mit Asperger-Syndrom Probleme mit Empathie haben können, gelten nein. Nein, überhaupt nicht. Es ist alles in Ordnung mit Leuten, die Autismus haben oder Asperger-Syndrom Empathie besitzen sie. Sie können sie nur nicht ausdrücken. Ich finde, das sollte man als Psychotherapeut schon wissen. Okay. Gelten sie im Allgemeinen nicht als gewalttätig? In der Tat sind sie das selten. Es gibt einige akademische Fachzeitschriften zum Thema Asperger und Gewalt und es gibt einige Fallstudien in diesen Zeitschriften, die sich mit Menschen mit Asperger befassen, die hingerichtet haben. In dem WebMB-Artikel Aspergers and Violence heißt es, Psychologen und Psychiater sind sich einig, dass Menschen mit Autismus oder Asperger-Syndrom nicht häufiger Gewaltverbrechen begehen als Mitglieder der Allgemeinbevölkerung. Aber sie sagen, dass dies in sehr seltenen Fällen vorkommen kann. Darüber hinaus unterscheidet Dr. Marianne Christianson, Professorin für Forensische Psychiatrie in Stockholm, die für den Artikel interviewt wurde, zwischen den Verbrechen, die jemand mit Asperger begehen kann, und den Verbrechen eines Psychopathen, in dem sie meint, ein Psychopath begeht Verbrechen, aus denen er einen gewissen Nutzen zieht und er würde nach einem Verbrechen keinen Suizid begehen. Dieser Satz beschreibt das Verbrechen von Chris. Er brachte seine Familie um, um einen persönlichen Nutzen daraus zu ziehen, und er hatte nicht die Absicht, danach Suizid zu begehen. Sein Motiv war es, sein Leben mit Niki fortzusetzen, ohne dass seine Familie ihn von ihr zurückhalten würde. Menschen mit Asperger-Syndrom sind zwar sozial unbeholfen und haben Probleme mit Emotionen und Kommunikation, aber sie sind nicht unbedingt manipulativ oder haben keinen Sinn für Reue. In dem Artikel Asperger-Syndrom vs. Psychopathie heißt es, dass der Hauptfaktor, der dazu führt, dass jemand mit Asperger-Syndrom gewalttätig werden kann, die Komorbidität mit einer anderen psychiatrischen Störung ist. Es gibt auch Menschen mit Asperger-Syndrom, die im Gegensatz zu Psychopathen viel Reue mit Gefühl und Empathie zeigen. In dem Artikel heißt es, der wichtigste Unterschied zwischen Asperger und Psychopathie ist, das Fehlen von Reue bei Psychopathen zusammen mit ihrer Neigung zu manipulieren, andere zu beschuldigen und Situationen und Menschen auszunutzen. Chris hat nun unverhohlen erklärt, dass er keine Reue für seine Familie empfand, nachdem er sie umgebracht hatte. Und er hat sicherlich anderen die Schuld gegeben, angefangen bei Chanel, als er sie fälschlicherweise beschuldigte, die Kinder umgebracht zu haben. Außerdem hat er Menschen manipuliert und ausgenutzt. Diese Dinge passen eher zu psychopathischen Zügen als zum Asperger-Syndrom. Nachahmung und gedämpfte Emotionen Ein interessanter Kommentar aus Chris' Gefängnisgeständnis, in dem er andeutet, dass er möglicherweise eine Veranlagung zur Psychopathie hat, sind seine gedämpften Emotionen. Er war in der Lage, seinen Mangel an Empathie zu verschleiern, weil die Leute seinen Mangel an Emotionen mit Gelassenheit, Gewaltlosigkeit und Ruhe verwechselten. Die Menschen setzen diese Eigenschaft oft mit Freundlichkeit gleich, aber das ist nicht unbedingt richtig. Chris schien freundlich und einfühlsam, aufmerksam und fürsorglich zu sein, weil er als Erwachsener eine überzeugende Maske aufsetzen konnte. Viele Menschen, die ihm nahe standen, beschrieben, dass er nie Gefühle zeigte, aber nichts davon wurde von ihnen als etwas potenziell Böses wahrgenommen, bis sie es im Nachhinein betrachteten. Wie Walker in ihrem Artikel sagte, die Welt funktioniert mit einem Konstrukt von Emotionen, das uns fehlt. Als er ein Kind war, fragte Chris Mutter und Schwester ständig, wie er sich fühle, weil er keine Ahnung hatte. Seine Mutter erinnert sich deutlich daran, dass Chris ein sehr stilles Kind war. Er war still, weil er wahrscheinlich andere beobachtete, um sie nachzuahmen. Er wusste, dass er anders war als andere Menschen und er wusste nicht, wie er mit ihnen umgehen sollte. Als Chris erwachsen war, hielten ihn die Leute für sozial unbeholfen, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass er keine Beziehungen zu anderen aufbauen konnte. Ja, ich muss mal kurz sagen, also wie jetzt, also einerseits heißt es, dass Chris ziemlich beliebt gewesen ist und alle ihn irgendwie mochten und die Frauen sind ja auch auf ihn zugegangen, aber jetzt heißt es gerade wieder, dass alle sagen, dass er sozial unbeholfen war. Ich möchte auch noch mit einbringen, ich habe einige Klienten, Kinder und Jugendliche, die sind, wie sie jetzt gerade sagt, sozial unbeholfen, ohne dass sie aus dem Autismus-Spektrum kommen. Ich beziehe mich jetzt eher auf Freud, das ist jetzt eher meine Theorie, es ist einfach das angeborene Temperament. Es ist der Charakter. Ich war als Kind und da war der Autismus noch nicht so krass ausgeprägt. Das kam über die Jahre erst dann so richtig. Sehr ruhig. Ich habe eigentlich, und das ist bis heute so, also wenn ich irgendwie auf Veranstaltungen oder Events bin, kann ich reden, wenn ich vor Publikum rede, unglaublich viel, wenn es um ein Thema geht, das mich interessiert. Und wenn ich aber jetzt so Smalltalk führen soll oder vor anderen Leuten stehe, dann rede ich ausschließlich, wenn ich gefragt werde. Wenn man mich länger kennt, kann mich das auch ziemlich nerven. Und dann bin ich aber auch ehrlich und sage dann, dass ich genervt bin. Also ich habe da so einen kleinen Ruf auch bei vielen Freunden, dass die dann, ich weiß nicht, kennt ihr Walking Dead? Ich bin so der Daryl Dixon. Also ich frage halt echt, also ich rede halt echt nur, wenn ich gefragt werde und auch eher nur so sporadisch und versuche das irgendwie zu bündeln, weil ich selber einfach da kein Interesse habe, da jetzt so viel zu reden. Also bei mir ist das halt so. Und wenn ich das jetzt darauf beziehe, muss ich leider sagen, dass das jetzt nicht stimmt, dass da jetzt, wenn du unbeholfen bist oder als Kind wenig redest oder gesprochen hast, heißt das nicht, dass du ein Psychopath bist oder dass du im Autismus-Spektrum bist. Also das ist jetzt schon wieder viel zu viel verallgemeinert und kann ich jetzt so nicht bestätigen. Und ich finde auch nicht, dass es eine kleine Ausnahme ist von Menschen oder Kindern. Also wenn dein Kind nur selten redet oder den Daryl Dixon macht so, deswegen habe ich es gerade gesagt, heißt das nicht, dass du mit ihm direkt dann zum Psychiater laufen musst. Das ist angeboren und viele sind einfach so. Viele sind auch redefaul. Mein Sohn ist 13 und der kommt jetzt auch langsam in die Dixon-Phase, so wie ich es nenne. Und einfach, der redet nur dann, wenn er möchte. Und wenn ich ihn frage, wie die Schule war, dann sagt er, gut, dann habe ich das zu akzeptieren, weil er hat da gerade keine Lust. Ich brauche dann jetzt nicht unbedingt irgendwie mir Sorgen machen, ist er jetzt vielleicht ein Psychopath, weil er redet nicht mit mir. Das ist seine freie Entscheidung. Und es hat auch nichts mit Autismus zu tun. Also ich weiß nicht, ich finde das, also jetzt finde ich, dass sie irgendwie ein bisschen darauf hinarbeitet, dass sie die Leute befriedigt, weil viele jetzt in die Hände klatschen und sagen, ha, ich wusste es, er ist ein Psychopath. Was alle anderen jetzt gesagt haben oder was auch ich gesagt habe, wird dann komplett vergessen, weil einer jetzt gesagt hat, er ist ein Psychopath. Finde ich zu einfach. Weiß ich nicht. Und vor allem, man darf auch nicht vergessen, dass die Autorin auch keine Sitzungen mit Chris Watts hatte. Also sie weiß nicht, woher sie das jetzt so bezieht. Das ist ihre persönliche Meinung, hat sie jetzt auch schon öfters gesagt. Jedem steht frei, das zu denken, was er möchte. Hat bestimmt psychopathische Züge. Dafür ist er für mich, für meine Verhältnisse, für meine Erfahrung ist er einfach viel zu normal. Und da jetzt zu sagen, das ist ein versteckter Psychopath, ja, wenn es nach dem geht, sind wir ja irgendwie alle versteckte Essgestörte, versteckte Hypochonder, wir sind versteckte Depressive. Ja, das ist halt ziemlich einfach, ne? Also weiß ich nicht. Demzufolge versteckte Krankheiten haben wir dann alle wahrscheinlich mindestens 50. Ja, aber gut, aber lesen wir jetzt mal weiter. Chris hat nun unverhohlen erklärt, dass er keine Reue für seine Familie empfand, nachdem er sie umgebracht hatte. Und er hat sicherlich anderen die Schuld gegeben, angefangen bei Chanel, als er sie fälschlicherweise beschuldigte, die Kinder umgebracht zu haben. Außerdem hat er Menschen manipuliert und ausgenutzt. Diese Dinge passen eher zu psychopathischen Zügen, als zum Asperger-Syndrom. Jemand, der ihn auf einer der letzten Thrive-Konferenzen kennengelernt hatte, sagte, da Chanel zwar warmherzig und temperamentvoll war, ihr aber etwas an Chris sehr merkwürdig vorkam. Sein Gesicht wurde als leer und ausdruckslos beschrieben. Sie hatte das Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Es war etwas, das über die soziale Unbeholfenheit eines Menschen hinausging und sie konnte es nicht genau benennen. Ja, und da haben wir es schon wieder. Das muss ich schon wieder Pause machen. Also das passt jetzt schon wieder zur Parapsychologie. Natürlich bilden wir uns jetzt ein. Im Nachhinein ist es immer so. Das beste Beispiel ist einfach ein Autounfall. Wenn wir einen Unfall haben und es sind zwei Leute beteiligt, ja, und dann steigen wir aus und die Polizei kommt und dann reden wir drüber. Und dann stehen wir meistens noch so unter Schock, dass wir uns gar nicht mehr wirklich daran erinnern können, was ist da jetzt passiert. Und dann fängt der eine an und sagt so, ja, ich bin jetzt da hingefahren. Und dann sagt der andere, ach ja genau, und ich bin dann da lang gefahren. Und dann, ja genau, und dann bist du da raus gekommen, ja, und dann zu schnell gefahren. Und dann habe ich da nach rechts geguckt und so, ja genau, so ist es gewesen. Kennt ihr das? Auf einmal fügt sich das alles. Na klar fügt sich das. Das Gehirn möchte immer eine logische Erklärung haben. Und viele, viele fühlen sich auch spirituell dazu berufen, zu sagen, ich habe das gespürt. Ich hatte da ein Gefühl für gehabt. Irgendwas stimmte da nicht. Das haben ganz viele, vor allem wenn dann was passiert ist. Meistens haben sie das nicht oder merken das auch gar nicht davor und können die Leute warnen und sagen, ich habe da ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, sondern immer so, ich habe da, ich wusste es doch, ich habe da was gespürt. Es stimmte irgendwas nicht. Das ist bei so vielen Leuten so, dass sie dann sagen, ich wusste es. Ich wusste es. Nee, wusstet ihr nicht. Woher auch? Ihr könnt das gar nicht wissen. Im Nachhinein fügt sich die Geschichte, weil sich vieles dann als logisch erklärt und auch die Bauchschmerzen erklären sich als logisch, weil natürlich hat dieser Mann ein ausdrucksloses Gesicht gehabt, weil zu der Zeit hatte er ja schon abgeschlossen gehabt. Und das ist bei vielen Leuten so. Viele sagen so, ich trenne mich jetzt. Und die haben von einem Tag auf den nächsten einen neuen Partner. Ja, warum ist das so? Ja, weil sie vor einem Jahr schon abgeschlossen haben. Die haben einfach nur weitergespielt und gewartet und einfach, keine Ahnung, auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Das kann doch bei Chris genauso gewesen sein. Er sagt, zwar hätte er Niki nicht getroffen, wäre das vielleicht nicht passiert. Aber wer sagt denn, dass das stimmt? Vielleicht hat er ja schon davor abgeschlossen. Der muss ja schon irgendwie offen gewesen sein. Das ist ja in den seltensten Fällen so, dass wenn man glücklich in einer Beziehung ist, dass dann man jemanden sieht und auf einmal alles in Zeitlupe abläuft und man auf einmal die Liebe seines Lebens trifft und sich denkt, boah, das ist sie. Das ist ja nicht so. Da muss ja schon vorher was im Argen gewesen sein. Da muss ja vorher schon irgendwas kaputt gewesen sein, weil sonst ist doch das Herz gar nicht offen dafür, weil so schnell geht das ja nicht. Das ist ja nicht so, dass man auf einmal alles dann der Person in die Schuhe schieben kann und sagen kann, hätte ich dich nicht getroffen, dann hätte ich mich nicht in dich verliebt. Naja, davor ist ja schon irgendwas gewesen. Ja, ach, das wird ein langes Video. Chris hatte gelernt, Liebe und Gefühle zu imitieren, indem er andere beobachtete. Ein typisches Merkmal der Psychopathie. Ja, und des Autismus. Egal. Wie Walker in ihrem Artikel erwähnt, Nichts, was Neurotypische tun, ergibt für uns einen Sinn. Es ist, als würde man versuchen, einen ausländischen Film ohne Untertitel und ohne Kontext zu verstehen. Wir beginnen einfach zu imitieren. Je älter wir werden, desto besser werden unsere Fähigkeiten. Aber am Anfang sind wir schlechteren. Im Nachhinein können wir sehen, dass Chris Chanel nachgeahmt hat. Sie war überschwänglich in ihren Gefühlen und das zeigte sich auch in ihren Beiträgen in den sozialen Medien. Sie verwendete oft mehrere Ausrufezeichen, um ihre Begeisterung auszudrücken, etwas, das sie oft empfand. Mir fiel auf, dass auch Chris oft mehrere Ausrufezeichen verwendete. Er schrieb wie Chanel sowohl in seinen Textnachrichten an sie, auch wenn er sie offenkundig anlog, als auch in seinen Liebesbriefen an Nikki. In einer Geburtstagskarte an Nikki schrieb er Wie bereits erwähnt, postete Chanel auf Facebook ein Bild eines SMS-Austauschs mit Chris über ein Bild des Ultraschalls von Baby Nico. Chris antwortete, kleine Erdnuss, ich liebe sie, ihn, jetzt schon. Chris wollte Nico nie haben, also war diese Liebeserklärung eine Lüge. Wenn man Chris nicht persönlich kannte, würde man aufgrund seines Schreibstils glauben, dass er ein überschwänglicher, überspannter, emotionaler Mensch war, genau wie seine Frau. Doch diejenigen, die ihn persönlich kannten, sagten, er zeige nie Gefühle. Hat er gelernt, Chanel zu imitieren, nur um in ihre Welt zu passen? Vielleicht war er in ihrer Nähe immer nervös, weil er die ganze Zeit mitschauspielerte und wusste, dass es nicht echt war. Wenn Chris tatsächlich ein Psychopath war, konnte er sein wahres Ich so lange verbergen, weil er wahrscheinlich die Kunst beherrschte, andere zu imitieren. Wie die bekennende Psychopathin Athena Walker oben sagte, sind die Masken vom Psychopathen viel detaillierter als die von Durchschnittsmenschen. Der Grund, warum er das Gefühl hatte, in der Nähe von Chanel nicht er selbst sein zu können und sich immer überlegen musste, was er zu ihr sagen würde, war, dass er ihre Persönlichkeit widerspiegelte. Er musste sich überlegen, was sie sagen oder von ihm wollen würde, um eine funktionierende Beziehung zu ihr zu haben. Als Chris seine Liebesbriefe an Nikki schrieb, sagte er ihr das, was sie seiner Meinung nach hören wollte und anstatt seine eigenen Worte und Gefühle zu verwenden, benutzte er Liedtexte, was wiederum eine Form der Nachahmung ist. Chris scheint auch psychopathische Züge zu haben, denn er war verwirrt darüber, was er seiner Meinung nach als Vater fühlen sollte. In seinem Geständnis im Gefängnis sagte er folgendes. Kein Vater würde jemals etwas tun, was seinem Fleisch und Blut schadet und ich habe das getan und ich verstehe einfach nicht, wie das passieren konnte. Ich habe sogar Bücher gelesen, in denen steht, dass kein Vater jemals etwas tun würde, um seine Kinder zu verletzen. Also denke ich immer, war ich überhaupt mal ein Vater? Ich weiß es nicht. Das ist aber auch sehr leicht zu erklären, das war ein Schockmoment, beziehungsweise war das für ihn das Logischste, was er machen konnte und hat in dem Moment komplett abgeschlossen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind keine Psychopathen, die können massiv gravierende Entscheidungen treffen, die über die Leben anderer Menschen hinausgehen. Das nennen sie dann Kollateralschaden. Ist für sie dann auch irgendwann zu akzeptieren, weil sie sich das so lange einreden, dass es in Ordnung ist, weil es nur so weitergehen kann. Ist auch ganz oft bei Leuten, die religiös süchtig sind, die reden sich das dann so lange ein, die sagen dann, das muss so sein, weil Gott hat das entschieden. Das ist jetzt mein Weg. Sie müssen jetzt weg, beziehungsweise es gibt keine Heilung. Ich muss da jetzt einfach durch. Wenn jetzt mein Kind stirbt, dann ist es halt einfach so, ich muss da durch. Das ist auch bei ganz vielen Verbrechern so, dass sie sagen, ich muss da jetzt durch. Also dieser Satz, das ist halt so eingetrichtert, das ist so gelernt und die sagen, das ist halt mein Kollateralschaden. Die müssen andere jetzt einfach tragen, weil sonst geht es hier nicht weiter und sonst geht es im Leben nicht weiter. Und das hat auch ein kleines bisschen was mit so einem Trauma zu tun, so eine Kälte, aber jetzt nicht immer mit Psychopathie oder mit psychopathischen Menschen, auch nicht mit Autismus. Das kann tatsächlich separiert werden. Also es ist so eine eine Krankheit für sich eigentlich. Gut. Chris musste erst ein Buch lesen, um zu verstehen, dass ein Vater einen natürlichen Instinkt hat, seine Kinder zu beschützen. Er hatte nicht das normale Gefühl, seine Kinder um jeden Preis vor Schaden bewahren zu wollen. Er war nicht wie andere Väter, denn es fiel ihm leicht, seine Kinder zu verletzen, wenn sie sich ihm in den Weg stellten, um zu bekommen, was er wollte. Natürlich hatte Chris auch Gefühle und er war nicht völlig gefühllos. Wir wissen zum Beispiel, dass er Wut und Ärger empfand. Abgesehen von seinen Gefühlen der Wut, des Zorns und des sexuellen Verlangens schien seine Gefühlswelt ein Rätsel für ihn zu sein. Dies ist häufig der Fall, wenn Kinder in der Kindheit nicht lernen, Gefühle zu erkennen und zu benennen oder wenn größere Persönlichkeiten im Elternhaus Platz einnehmen. Das Kind lernt dann, dass seine Gefühle nicht wichtig sind und unterdrückt werden sollten. Jungen wird außerdem durchgängig vermittelt, dass Wut und sexuelles Verlangen die einzigen Gefühle sind, die gesellschaftlich akzeptiert werden. Wenn dann noch Empathiedefizite und die Unfähigkeit, Gefühle zu verstehen, hinzukommen, ist klar, dass Chris nicht wusste, was Liebe wirklich ist. Er sagte zwar die Worte, ich liebe dich und tat so, als ob er andere Menschen liebte, aber es ist klar, dass er die Liebe zu anderen Menschen nicht wirklich und aufrichtig erlebt hat. Er musste sich fragen, was man empfindet, wenn jemand sagt, ich liebe dich, denn er hatte wirklich keine Ahnung. Nur weil jemand psychopathisch ist, heißt es noch lange nicht, dass er sich dessen bewusst ist, dass er es ist. Tatsächlich glauben einige Psychopathen, dass sie Liebe empfinden und einige Emotionen erleben, die typisch für menschliche Erfahrungen sind. In dem Artikel, The Scientific Science You Are in a Relationship with a Psychopath, heißt es, Psychopathen schätzen ihre Beziehungen auf ihre eigene Weise. Sie leiden unter Schmerzen, fühlen Einsamkeit, haben Wünsche und sind traurig, wenn sie keine Zuneigung erhalten. Wenn Chris ein Psychopath ist oder Züge auf dem Spektrum der Psychopathie aufweist, würde das erklären, warum seine Beziehungen so lange funktionierten, wie sie es taten. Es erklärt auch, warum er glaubt, dass er seine Familie geliebt hat und immer noch liebt, ungeachtet seiner Handlungen. Chris erklärte den Ermittlern schließlich, dass er die Dinge nicht so empfindet wie normale Menschen. Er meinte, seine Anwälte hätten ihm gesagt, er müsse mehr Gefühle zeigen. In seinem Geständnis sagte er den Ermittlern, Ich zeige keine Gefühle, ich halte sie so gut ich kann zurück. Ich möchte nicht wissen, wie ich in dem Fernsehinterview ausgesehen oder geklungen habe. Die Leute meinten, ich sehe seelenlos aus. Alles war tief in mir verborgen und eines Nachts in meiner Zelle wurde es mir klar, dass alle weg waren. In meinem Kopf wurde es nicht registriert und jetzt fühlte es sich jeden Tag real an. Es ist seltsam, dass Emotionen bei mir anders ablaufen als bei anderen Menschen. Wenn ich meine Kinder in einem Lebensmittelladen verlieren würde, würde ich nicht in Panik geraten. Ich würde herumlaufen und nach ihnen suchen, aber ich würde nicht weinen. Ich will nicht denken, dass ich ein kaltherziger Mensch bin. Ich zeige nur nicht so viele Gefühle wie andere Menschen. Es ist klar, dass Chris nicht denken oder glauben will, dass er sich auf dem Spektrum der Psychopathie und Narzissmus befindet. Er meinte, er zeige nicht viele Emotionen, so wie andere Menschen und verarbeite Dinge anders als jeder andere. Er gibt jedoch Einblick in die Tatsache, dass er keine universellen menschlichen Emotionen wie Panik oder Angst empfindet. Nochmals zurück zum Artikel von Athena Walker. Uns fehlt es an Einfühlungsvermögen. Wir haben keine Angst, keine Traurigkeit, keine Besorgnis, keine Reue. Uns fehlen viele der Dinge, die uns in einem stillen Code erklären, wie wir uns gegenüber anderen unserer Art und der Welt im Allgemeinen verhalten sollen. Die neuesten Forschungsergebnisse einer niederländischen Universität belegen, dass psychopathische Personen Defizite bei der Erkennung von Bedrohungen und der Reaktionsfähigkeit haben, dass aber die Beweise für ein vermindertes, subjektives Angstempfinden bei Psychopathie weit weniger überzeugend sind. Silko Hoppenbauers, einer der Verantwortlichen für diese Studie, erklärte gegenüber dem Forensic Magazine, Wir zeigen nun, dass psychopathische Personen vor allem Defizite bei der Bewertung von Bedrohungen und Risiken haben, aber tatsächlich Angst empfinden können. Dies könnte erklären, warum Chris Watts glaubte, mit dem Hinrichten seiner Familie davonzukommen, denn es ist offensichtlich, dass er Defizite bei der Einschätzung von Bedrohungen und Risiko hat. Bei der Beschreibung, wie er reagieren würde, wenn er seine Kinder in einem Lebensmittelladen verlieren würde, ist Chris Watts ein perfektes Beispiel für ein solches psychopathisches Individuum. Er sagte, wenn er seine Kinder verlieren würde, würde er nicht in Panik geraten. Das Bild von ihm, wie er ruhig durch einen Lebensmittelladen geht und keine Panik oder Besorgnis empfindet, ist ein Beispiel für ein Defizit bei der Erkennung von Bedrohungen und der Reaktionsfähigkeit. Die meisten Eltern kennen das unmittelbare Aufflackern von Panik und Angst, das sich instinktiv einstellt, wenn sie auf einem Spielplatz oder in einem Geschäft sind und ihr Kind nicht finden können. Chris erlebt dies nicht. Es gibt jedoch Momente, in denen er Angst und Panik empfindet. Das zeigen die Bodycam-Aufnahmen aus dem Haus von Nate, als er sich die Sicherheitsvideos ansieht. Als Chris seine Hände auf den Kopf legt und hin und her wippt, kann man sehr gut sehen, dass er in völliger Panik vor der Vorstellung ist, dass er wahrscheinlich erwischt wird. Es gibt mehrere andere Momente in der Bodycam-Aufnahme, in denen man Alarm und Angst auf seinem Gesicht erkennen kann, aber auch diese Momente stehen im Zusammenhang mit der Möglichkeit, dass er für seine Taten erwischt werden könnte. Hoppenbrowers Studie würde erklären, wie Chris ein psychopathisches Individuum sein und dennoch Angst empfinden konnte. Eines der offensichtlichsten Anzeichen für Chris' Empathiedefizite war seine Fähigkeit, 45 Minuten lang ein Auto zu fahren, während die Füße seiner Töchter über ihrer leblosen Mutter baumelten. Und dann, nach all dem, setzte er seine Töchter einer schrecklichen Angst aus, während er sie mit bloßen Händen umbrachte. Kurz dazu, das sind auch Anzeichen eines Traumas. Ich habe das schon mal versucht zu erklären, so lächerlich und unverständlich, dass für viele Leute klingt, so eine Trauerbegleitung stehen auch Killern zu. Also jemand, der jemanden umgebracht hat, braucht eine psychologische Kraft irgendjemand, der ihm da aus diesem Loch raushilft. Ich weiß, wie das gerade klingt. Es ist aber so. Denn nach so einem Moment ist es ganz oft so, dass sie auf Autopilot fahren und ein Trauma erleben. Und dieses Trauma muss behandelt werden. Und dieses Trauma kann Stunden, Tage, Wochen andauern. Da sind sie dann wirklich nur auf Autopilot. Und das könnte einer der Gründe sein, warum er so eiskalt gewesen ist und die Kinder halt dann einfach oben hingesetzt hat. Das muss jetzt nicht unbedingt ein psychopathischer Zug sein. Das könnte ein Trauma sein, weil er, ja, so einen Schockzustand hat. Ich weiß, wie das klingt. Ich weiß ganz genau, wie das klingt. Aber es ist einfach so. Das haben sehr viele. Es gibt sehr viele Berichte und Interviews über Killer, die dann sagen, ich habe mir das anders vorgestellt. Irgendwie dachte ich, es würde mich befriedigen, aber irgendwie war ich geschockt danach. Es verändert dich. Viele sagen, es verändert dich als Person und es macht dich leer. Was natürlich auch erklären würde, warum er dann in den Interviews danach leer gewesen ist. Weil er sich das irgendwie alles einfacher vorgestellt hat und leichter vorgestellt hat. Und eigentlich war das gar nicht leicht. Und dann ist dann ein Trauma verfallen. So passiert das dann. Könnte auch sein. Ja. Von all den grausamen Taten, die er begangen hat, ist es vielleicht am unbegreiflichsten, dass Bella mit ansehen musste, wie ihre geliebte Sisi vor ihren Augen starb und dass sie dann mit ansehen musste, wie der leblose Körper ihrer Schwester in den Öltank fiel. Und das alles durch die Hand des Vaters, den sie einst freudig als ihren Helden besungen hat. Wie jeder Durchschnittsmensch mit normalem Einfühlungsvermögen weiß, ist die Vorstellung, sein eigenes Kind umzubringen und es durch die Hölle zu schicken, die Bella durchgemacht hat, mehr als unfassbar und auf keiner Ebene nachvollziehbar. Außerdem ist für die meisten Menschen die Vorstellung, ein Kind umzubringen, das Unbegreiflichste, was man sich vorstellen kann. Ein weiterer Hinweis, den Chris in seinem Geständnis gegenüber den Ermittlern gibt, ist eine Geschichte aus der Grundschulzeit, in der er einen völlig erfundenen Aufsatz über einen Sommeraufenthalt in China schrieb. Er scheint zu prahlen und freut sich über seine Fähigkeit, überzeugend zu sein, selbst wenn er sich eine völlig erfundene Geschichte ausdenkt. Als ich ein Kind war, habe ich meine Lehrerin davon überzeugt, dass ich im Sommer in Japan oder China war. Ich habe gesagt, ich war in China. Sie hat es tatsächlich geglaubt. Ich war wirklich überzeugend. Einer der Ermittler fragt ihn weiter, du bist also ein schlauer Kerl? Chris antwortet, ja. Bei der älteren Lehrerkonferenz sagte sie, oh, wie war China? Eine Person mit psychopathischen und narzisstischen Zügen ist charmant und trügerisch. Sie können sehr leicht lügen und haben Spaß daran. Tatsächlich gibt es ein Phänomen, das als Duper's Delight bezeichnet wird. Das Gefühl der Erregung wie ein Ansturm von Endorphinen, wenn man jemanden betrügt oder manipuliert. In diesem Fall sieht man, dass Chris nicht nur stolz auf sich selbst ist, weil er eine andere Person ausgetrickst hat, sondern dass er auch eine hohe Meinung von sich selbst und seinen intellektuellen Fähigkeiten hat. Natürlich lügen alle Kinder und dieser Vorfall allein wäre noch kein Grund zur Panik, aber es ist doch bemerkenswert, wenn wir auf Chris' Leben und die Eigenschaften zurückblicken, die ihn zu solch unaussprechlichen Taten befähigten. Sein Geisteszustand spiegelt sich auch in seinen Internet-Suchen direkt nach den Taten wider. Chris erzählte Cade, dass Nicky diejenige war, die ihm an jeden Morgen sagte, er solle den Text von Battery nachschlagen, aber wer weiß, ob das stimmt. Seine Familie war erst wenige Stunden weg, als er um 10.10 Uhr den Text von Metallica Song Battery suchte. In dem Lied werden Themen wie die folgenden behandelt, hypnotisierende Macht, ein hungriger Gewaltsucher, der sich von den Schwächeren ernährt, Wahnsinn, ausbrechende Aggression und mehrmals wird in dem Text die Phrase Cannot Kill the Family verwendet. Auch wenn Metallica mit dem Song nichts mit dem Hinrichten einer Familie zu tun hat, handelt der Text von den berauschenden Gefühlen der Aggression, des Wahnsinns, der Macht und der Gewalt. Ausgehend von diesem Text scheint es fast so, als hätte er einen euphorischen Rausch bekommen, nachdem er seine Familie umgebracht hatte. Die hypnotisierende Macht verweist auf den narzisstischen und psychopathischen Wunsch, Macht und Kontrolle über andere zu haben. Wenn er tatsächlich eine Euphorie und eine Verbindung zu dem Lied Hungry Violence Seeker, Feeding of the Weaker, also hungriger Gewaltsucher, der sich von den Schwächeren ernährt, verspürte, wäre dies ein deutlicher Hinweis auf jemanden mit psychopathischen Zügen. So, das muss ich jetzt aber bestätigen. Also nochmal, ich bin wirklich kein Chris-Watts-Befürwörter, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Also ich vertrete die Meinung, dass er gar nicht so krank ist, wie manche es gerne sich wünschen würden, dass er tatsächlich jemand von nebenan ist und dass auch du tatsächlich immer Angst haben müsstest vor deinen Nachbarn oder vor jemanden, den du gerade kennengelernt hast oder vor Leuten, die überaus nett sind oder zurückgezogen sind. Es könnte jeder sein. Das ist meine Meinung. Ich finde jetzt nicht, dass er so viele psychopathische Züge an sich hat, wobei das, wenn das jetzt wirklich so ist und er jetzt extra noch das Lied rausgesucht hat oder auch der Punkt, dass er immer anderen die Schuld gibt für alles, wobei das wirklich einfach so richtig pathologisch, narzisstisch ist. Das ist immer dieses, ich habe das gemacht wegen dir, ich bin ausgeflippt wegen dir, ich bin fremdgegangen wegen dir, ich fühle mich nicht angezogen wegen dir, ich habe dich geschlagen wegen dir. Also es ist halt immer wegen dir, wegen dir, wegen dir. Und das ist halt irgendwie alles so. Er schiebt halt Niki wirklich alles in die Schuhe, so grundsätzlich. Ich kenne Niki überhaupt gar nicht, kann mir da gar kein Bild dazu machen. Es gibt auch keine Berichte über Niki. Es gibt jetzt ein paar Leute, die sagen, die haben jetzt Kanäle gefunden und die wissen ganz genau Bescheid über Nicole. Eigentlich nicht möglich. Eigentlich zu 100 Prozent nicht möglich. Sie ist untergetaucht und wird wahrscheinlich auch nie wieder auftauchen. Auf alle Fälle ist das für mich jetzt eher so sehr narzisstisch und dieses, weiß ich nicht, psychopathische. Für mich ist es halt einfach in der Forensik ist es wirklich bis jetzt, kann ich jetzt erfahrungsgemäß in der Forensik jetzt nicht bestätigen, dass es Leute gibt, die nie auffallend waren, körperlich auffallend waren und da ihre Psychopathie gezeigt haben und dann von heute auf morgen einfach mal drei Menschen aus dem Weg geräumt haben. Und dann zu sagen, das ist ein Psychopath, ist tatsächlich eher selten der Fall, in meiner Berufslaufbahn noch nie vorgekommen. Also ich weiß jetzt nicht, gibt es besondere Fälle? Wenn ja, dann ist es wirklich 0,01 Prozent so, weil eigentlich fällt das schon vorher auf, ob du ein Psychopath bist und bestimmt nicht nur, weil du sozial unbeholfen bist und nur redest, wenn du gefragt wirst. Eher nicht. Also. So beschrieb beispielsweise der Serienmörder David Berkowitz, was er fühlte, nachdem er zum ersten Mal jemanden umgebracht hatte. Ich habe auf dem Heimweg buchstäblich vor mich hingesungen. Die Spannung, das Verlangen, eine Frau aus dem Weg zu räumen, hatte sich so explosionsartig aufgebaut, dass, als ich schließlich den Abzug drückte, all der Druck, all die Spannungen, all der Hass einfach verschwunden waren, sich verflüchtigt hatten, aber nur für kurze Zeit. Die Fähigkeit von Chris, sein Leben wie gewohnt weiterzuführen, nachdem er seine Familie komplett aus dem Weg geräumt hatte, ist für manche Menschen der erschreckendste Teil des Falles. Er rief die Schule an, um ihnen mitzuteilen, dass die Mädchen nicht zurückkommen würden. Er schrieb dem Immobilienmakler eine SMS, um das Haus zu verkaufen. Er schrieb Niki angeblich eine SMS, um ihr mitzuteilen, dass seine Familie weg sei. Und er besprach die Verpfändung von Janens Ring. All diese Verhaltensweisen zeigen Anzeichen von jemandem, der absolut keine Reue empfindet. Und hier nochmal kurz, nochmal kurz, weil manche haben es nicht mitbekommen, ich habe nicht gesagt, dass Chris Watts ein Asperger-Autist ist. Er hat nur Züge. Aber das, was er hier jetzt gerade macht, hat jetzt eigentlich wenig mit Autismus zu tun. Also gerade Asperger-Autisten haben jetzt schon einen höheren IQ, wobei man das unterteilen muss zwischen emotionale Intelligenz, ganz logischer Intelligenz. Aber das, was er da gerade macht, ist einfach nur ziemlich dumm. Könnte zum Trauma passen, zu einem Schock, dass er total vergessen hat, was da jetzt gerade passiert ist, dass er das irgendwie ausgeblendet hat und dachte, okay, könnte natürlich auch zu einem Soziopathen passen oder zu einem Psychopathen. Aber auch nur zu einem empathielosen Menschen könnte das auch passen. Zum Narzissten sowieso. Auf alle Fälle sind wir uns da einig, dass das, was er da gemacht hat, vor allem der Schule zu schreiben, wirklich, wirklich dumm war. Wirklich dumm war. Also logisch, dass alles rauskam. Das ist ja wohl das Eindeutigste. Naja. Chris würde sagen, er habe nicht nachgedacht, stehe unter Schock und könne sein Verhalten zu diesem Zeitpunkt nicht logisch erklären. Im Gefängnis hatte er Zeit, darüber nachzudenken, dass er immer noch das großartige Leben führen würde, das er immer hatte, wenn er nicht so egoistisch und in seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen gefangen wäre. Er empfindet jetzt Treue, weil er für den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzt. Er wurde von Shanann verhätschelt und verwöhnt, konnte das aber nicht erkennen, bis er es durch sein eigenes Handeln verlor. Darin spiegeln sich wiederum sein Egoismus und sein Mangel an Rücksicht auf andere wieder. Einsicht ist immer besser als Nachsicht. Wäre er mit diesem Verbrechen davongekommen, hätte er höchstwahrscheinlich sein Leben ohne Schuld gelebt. Vielleicht würde er Bellas flehendes Daddy-No, bevor er ihr Leben auslöschte, von Zeit zu Zeit in seinen Träumen heimsuchen. Seine ultimative Reue, Scham und die wenigen Tränen, die er vergießen konnte, scheinen jedoch nur aus Selbstmitleid zu kommen. Ja, das kann ich auch bestätigen, wenn wir uns das Verhör anschauen, sehen wir, beziehungsweise können wir sehen, dass er die ganze Zeit eigentlich ziemlich kühl und emotionslos war. Als dann irgendwie dann hieß, wie lange er im Gefängnis sitzen wird, fing er dann an zu weinen. Das war für mich so ein richtig, da dachte ich mir zum ersten Mal, du Arsch, jetzt weinst du ja, davor nicht oder was. Also da kannst du ihm die Bilder zeigen, durch welches Loch er was gepresst hat, da war überhaupt nichts. Wenn es dann aber heißt, ich bin jetzt hier lebenslang im Gefängnis, dann weine ich. Das ist für mich tatsächlich ein Zeichen des richtig, richtig miesen Charakters. Also wie man es bezeichnen möchte, sei dahingestellt, auf alle Fälle nicht normal und einfach nur, also richtig krass narzisstisch, muss man wirklich sagen. Weil er weint jetzt tatsächlich nur, weil er nicht mehr rauskommt und kein schönes Leben hat und alles verloren hat. Ein normaler Mensch weint, weil er anderen Leuten wehgetan hat. Ein Narzisst weint, weil er sich selbst geschadet hat. Ja. Das ist auch immer so bei Trennungen, dass wenn Narzissten, die weinen jetzt nicht, weil sie jetzt ihrem Partner, ihrer großen Liebe jetzt irgendwie das Herz gebrochen haben und gegangen sind, sondern die weinen dann wirklich nur, weil ihre gewohnte Umgebung weg ist und sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Ist genau dasselbe. So, weiter. Der kommunale Narzisst Neben psychopathischen Zügen scheint Chris auch einige Züge eines kommunalen Narzissten zu haben, da er davon lebte, anderen zu helfen und gut zu sein. Er genoss es, ein Märtyrer zu sein. Er schien insgeheim Gefühle der Grandiosität in Bezug auf seine Hilfsbereitschaft zu hegen. Außerdem ist es ihm übermäßig wichtig, was andere Leute von ihm denken. Er möchte, dass die Leute denken, dass er immer gut war und immer noch gut ist. Seine guten Taten und seine freundliche Identität erscheinen jetzt unaufrichtig, weil es scheint, dass er das alles nur getan hat, um sich gut und wichtig zu fühlen. Zur Auffrischung, kommunaler Narzissmus kann als ein Merkmal verstanden werden, das sich auf die Gemeinschaft bezieht. Das heißt, die zentralen Motive des kommunalen Narzissten, das heißt Grandiosität, Wertschätzung, Anspruch und Macht, werden durch gemeinschaftliche Mittel ausgedrückt, zum Beispiel Hilfsbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit. Als die Ermittler Chris im Gefängnis sagten, dass Janens Familie dich immer noch lieben, würde er ganz aufgeregt werden und meinte, das ist ja toll, das zu hören. Ich dachte, sie würden mich hassen. Sein tiefes Bedürfnis nach Anerkennung durch andere, auch durch die Eltern der Frau, die er umgebracht hat, ist ständig präsent. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem sich die Leute in diesem Fall irren und genau deshalb sind Leute wie Chris Watts so gefährlich. Weil er so nett zu sein scheint und sich so sehr darum kümmert, was andere denken, folgern die Leute, dass er ein guter Mensch sein muss, der seine Familie geliebt hat und einen Fehler gemacht hat, ausgerastet ist oder von einem bösen Geist besessen war. Wenn wir Chris durch die Brille eines guten Menschen betrachten, der einen Fehler gemacht hat, schmälern wir das Leben der Menschen, die er umgebracht hat, und die Schwere seiner Taten. Er hat seine schwangere Frau und seine Kinder kaltblütig umgebracht. Er stand nicht unter Drogen und er war nicht psychisch krank. Denken Sie daran, dass psychopathische und narzisstische Menschen unglaublich charmant sind und wissen, wie sie die Menschen ansprechen können. Nur weil sich jemand darum kümmert, was andere über ihn denken, ist er nicht unbedingt bescheiden, empathisch oder ein guter Mensch. Chris zeigt eine Realitätsferne, was das Ausmaß seiner Verbrechen angeht. Im Gefängnis meinte er, Ich weiß, dass ich mir nicht zu Herzen nehmen sollte, was andere Leute über mich denken. Es geht nur darum, was Gott über mich denkt. Nur, was er über mich denkt, nicht irgendjemand anders. Jeder wird seine eigene Meinung über mich haben. Bevor ich in Schwierigkeiten gerät, ich meine, da ist dieser jemand im Fernsehen, der jemanden umgebracht hat, der Kerl ist schrecklich. Wenn jetzt etwas in den 6 Uhr Nachrichten kommt, kümmere ich mich nicht einmal mehr darum. Ich möchte nicht in der Lage sein, über andere zu urteilen, weil man das mit mir gemacht hat. Ich möchte nicht mehr diese Person sein. Ich hoffe, ich kann einen Schritt zurücktreten und alles betrachten, was ich in meinem Leben getan habe. Und ich habe einige gute Dinge getan, aber das Wichtigste ist, dass ich das Schlimmste verbockt habe. Chris zeigt sich weiterhin sehr distanziert gegenüber dem, was er getan hat. Offenbar hat er Fotos von seiner Familie im Gefängnis und es gab eine Petition, mit der das Gefängnis dazu gebracht werden sollte, sie zu entfernen. In der Petition wurde argumentiert, dass er keine Fotos von seiner Frau und seinen Kindern haben sollte, die er umgebracht hat. Chris war wütend und konnte nicht verstehen, warum die Menschen ihn leiden lassen wollten. Er hält sich auch nicht für einen Verbrecher und ist der Meinung, dass er aus dem Gefängnis entlassen werden und sein Leben als ordinierter Geistlicher leben sollte, da es sich seiner Meinung nach nur um einen einmaligen Vorfall handelte. Gegenüber Cadle meinte er, ja diese Petition hat mich wirklich umgehauen, dass Leute mich wirklich so leiden lassen wollen. Selbst wenn sie mir die Fotos wegnehmen würden, könnten sie meine Erinnerung nicht nehmen. Sollte ich ins Gefängnis gehen? Für die Tat, die ich begangen habe, denke ich, das auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen, jemals so etwas zu tun oder eine Gefahr für die Gesellschaft zu sein? Ich denke ganz sicher nicht. Sollte ich jemals freigelassen werden, weiß ich, dass ich direkt in ein Ministerium gehen und anfangen würde, in Gefängnisse zu gehen und Insassen zu helfen. Chris hat in seinem Brief auch angedeutet, dass er hofft, bei guter Führung irgendwann entlassen zu werden. Ja, also ich sage da persönlich nie, hoffe nicht, weil er hat die Leben anderer Menschen beendet und er hat das einfach so beschlossen. Das war seine Entscheidung und wenn du dich dazu entscheidest, das Leben anderer Leute zu nehmen, dann nimmst du eigentlich dein Leben auch weg. Das ist so, weiß ich nicht, logisch. Die anderen sind weg, können nicht mehr leben. Warum solltest du da noch leben dürfen? Und dann viel noch mit deinem Wunschberuf. Dann auch noch als Geistlicher. Dann gehst du als Geistlicher in Gefängnisse und hast dann einen absoluten Traumjob für dich. Wären die anderen, also wären die anderen dann nicht gestorben, hättest du sie nicht umgebracht, hättest du deinen Wunschjob nicht und würdest immer noch auf dem Bau arbeiten oder irgendwo auf dem Feld. So, wow, dann hast du ja eigentlich alles richtig gemacht. Also eigentlich so gesehen, die Schlussfolgerung ist, nein, ist nicht möglich, weil das sind ja wirklich ganz falsche Zeichen, die wir da setzen. Wenn du unzufrieden mit deinem Job bist, dann bringst du mal deine Familie um und dann machst du halt einfach das, was dir gefällt. Dann häkelst du halt. Weil, ist halt jetzt so. Ha, weiß nicht. Ich bin nicht dafür, dass er rauskommt, nein. Chris ist eindeutig der Meinung, dass er es nicht verdient hat, sein Leben lang im Gefängnis zu verbringen. Er tut so, als ob er einen kleinen Fehler begangen hätte, den man ihm leicht vergeben kann und als ob er sein Leben im Dienste Gottes und anderer Menschen weiterführen sollte. Das ist kein Luxus, den sich Shanann, Bella und Cece und Nico leisten konnten. Leben wurden zerstört, auch über Shanann, Nico, Bella und Cece hinaus. Es gab einen Welleneffekt, der sich auf die Familien und alle anderen ausbreitete, die von dieser sinnlosen Tragödie betroffen waren oder deren Leben sich dadurch dauerhaft verändert hat. Steve Wren, der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt von Weld County, sagte gegenüber Fox News zum Fall Chris Watts, Polizeibeamte, Ersthelfer, Staatsanwälte, Strafverteidiger, wir arbeiten in einer Welt, in der wir täglich sehen, wie böse Menschen böse Dinge tun. Dieser Fall hat ein Ausmaß erreicht, das viele Menschen noch nicht begreifen können. Es hat sich auf die Art und Weise ausgewirkt, wie wir unser tägliches Leben führen, wie wir mit unseren Familien umgehen und wie wir manchmal unseren Job machen können. Wren fährt fort, die Auswirkungen eines Verbrechens wie dieses sind phänomenal. Die Ersthelfer, die die Kinder aus den Öltanks holen mussten, werden nie wieder dieselben sein. Einige der Ermittler, die ich kenne, hatten Mühe, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren und die Ermittlungen auf dieselbe Weise fortzusetzen. Detective Baumhover, einer der leitenden Ermittler, wird aufgrund seines Traumas durch den Wattsfall möglicherweise nie wieder arbeiten. Im Vergleich dazu will Chris, dass die Leute wissen, dass er im Gefängnis zufrieden ist, spricht distanziert über die Taten und entschuldigt sich erst bei allen, die er verletzt hat, nachdem Cato erwähnte, dass er sich nie bei ihnen entschuldigt hatte. Die gegensätzlichen Reaktionen von Baumhover und Chris sind wie Tag und Nacht. Baumhover hat Shanann und ihre Kinder nie persönlich gekannt und ist emotional so beeinträchtigt, dass er kaum noch in die Öffentlichkeit gehen kann. Er lebt in der Angst, kleine Mädchen zu sehen, weil dies eine traumatische Reaktion auslösen könnte. Chris sitzt im Gefängnis, schreibt Briefe an Menschen und fantasiert über seine Geschichte der Erlösung. Er scheint, als genieße er die Aufmerksamkeit. Chris stimmte zu, Cato das Buch schreiben zu lassen, wenn es seine Geschichte über seinen Weg zur Erlösung und seine Reise zu Gott im Gefängnis wäre. Er entschied sich für Cato wahrscheinlich auch deshalb, weil er die Erzählung kontrollieren wollte. Sie ist eine religiöse Frau und keine Journalistin und so hatte er vielleicht das Gefühl, dass sie ihn in einem günstigeren Licht darstellen würde. Außerdem konnte er seine neueste Version des Warum mitteilen. Chris behauptet nun, er sei von etwas Bösem besessen gewesen. Er möchte, dass alle wissen, dass der Verbrecher, der grinsend auf der Veranda stand, während seine Familie an seinem Arbeitsplatz verweste, nicht wirklich er war. Er war nur für kurze Zeit besessen und jetzt ist wieder alles gut. Es wird schwer sein, die Mehrheit der Menschen davon zu überzeugen, dass dies der Fall ist. Chris ist immer noch auf der Suche nach Anerkennung und Lob, sogar im Gefängnis. Er war sich bewusst, dass alles, was er Cato schrieb, veröffentlicht werden würde und wenn er seine Danksagungen in das Buch schreibt, ist es fast so, als würde er sich für eine Berühmtheit halten und nicht für einen Verbrecher. Es ist wirklich seltsam, dass er seine Familie für eine Freundin, die er nur ein paar Monate kannte, abgeschlachtet hat, in einem Buch eine Danksagung schreiben kann. Der letzte Absatz wirkt so, als ob er sich einbildet, an seine Fans zu schreiben und er hat tatsächlich Fans und Leute, die ihm ins Gefängnis schreiben. Also ist seine Sichtweise vielleicht einigermaßen korrekt. Er schließt seine Danksagungen mit, okay, ich denke, das ist alles, was ich im Moment habe. Ich bete, dass der Herr uns weiterhin führt, beschützt und korrigiert, damit wir auf seinem Weg bleiben. Ich lasse euch mit ein paar Versen zurück, auf die mich der Herr aufmerksam gemacht hat. Pass auf dich auf und Gott segne dich. In Christus, Chris. Seine Illusionen, ein Märtyrer zu werden und Menschen zu helfen, sind für ihn jetzt, da er international bekannt ist, noch realer geworden. Chris hat viel darüber nachgedacht, wie er seine Bestimmung finden kann und er spricht darüber, was er für seine einzigartige und besondere Bestimmung im Leben hält. Ehrlich gesagt, als ich in der Zelle saß, hörte ich ständig nur Sachen wie, du könntest dich ja hängen oder in der Toilette ertränken. Irgendwann habe ich dazugehört. Ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht irgendwo anders eine andere Bestimmung für mich gibt. Vielleicht ist es hier das einzige Gefängnis in Wisconsin, in dem er inhaftiert ist. Ich betete zu Gott, mich von Colorado wegzubringen. Es gab einen Anschlag auf mich. Gott hat mich aus einem bestimmten Grund hierher gebracht. Auf die Frage nach seinem Wunsch, Menschen zu helfen, sagte er, dieses eine Mädchen lebt in einer Missbrauchsbeziehung und kann keine Beziehung zu Gott finden. Ich habe vorher nie die Bibel gelesen. In Weld County habe ich sie gelesen. Das war das einzige Buch, das ich bekam. Ich habe es von vorne bis hinten gelesen. Es blieb bei mir hängen. Ich habe hier immer mehr gelesen, jeden Tag ein paar Bibelstellen aufgeschrieben und sie meiner Mutter und meinem Vater gegeben. Mein Onkel Johnny und seine Frau sind Missionare und einer meiner Cousins auch. Und sie helfen meiner Mutter und meinem Vater. Sie sind erstaunt, wie reif ich durch die Bibel geworden bin. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich habe viele Bibelstellen auswendig gelernt und kann den Menschen auf diese Weise helfen. Es gibt Insassen, die das Gefängnis verlassen haben und an einen anderen Ort gegangen sind, die mir geschrieben und gefragt haben, hey, kannst du mir ein paar Bibelstellen geben? Hilfst du mir dabei? Vielleicht kann ich auf diese Weise jemandem helfen. Was die Merkmale des kommunalen Narzissmus betrifft, so scheint Chris starke Gefühle für seine neue Aufgabe zu haben und weist möglicherweise einige Merkmale auf der Checkliste für kommunalen Narzissmus auf, wie zum Beispiel, ich werde für meine guten Taten bekannt sein, ich habe einen sehr positiven Einfluss auf andere, ich bereichere das Leben anderer, ich werde dafür berühmt sein, dass ich das Wohlbefinden der Menschen steigere und ich werde die Welt zu einem viel besseren Ort machen. Ich würde gerne glauben, dass Chris zu Gott gefunden hat und den Menschen helfen will, aber es ist auch schwer, ihn ernst zu nehmen nach all seinen Lügen und all dem Schmerz, den er so vielen Menschen zugefügt hat. Während er im Gefängnis sitzt, sprechen Menschen, die mit ihm in Kontakt stehen, in der Presse weiterhin über Chris als einen selbsternannten, veränderten Mann. Diese Leute verbreiten die Botschaft, die Chris der Welt mitteilen möchte. Er ist jetzt ein Mann Gottes und ihm sollte für seine Verfehlungen vergeben werden. Vergebung bedeutet nicht immer, dass man akzeptiert oder gut heißt, was jemand getan hat, sondern vielmehr, dass man keinen Zorn in seinem Herzen hegt. Vergebung ist eine persönliche Sache und diejenigen, die Chris für seine Taten vergeben wollen, sollten das unbedingt tun, aber es macht auch durchaus Sinn, warum die Menschen ihm gegenüber nicht sehr wohlwollend sind. Chris Mutter Cindy teilte einen Brief, den er aus dem Gefängnis an sie schrieb, mit dem Fernsehsender HLN. Darin schreibt er, ich bin immer noch ein Vater, ich bin immer noch ein Sohn, egal was passiert ist. Und jetzt kann ich auch noch Diener Gottes sein. Er hat mir Frieden, Liebe und Vergebung gezeigt und so lebe ich jeden Tag. Die Wahrheit ist, dass Chris seine Vaterprivilegien verlor, als er seine Kinder umbrachte. Selbst wenn er aufrichtig zu Gott gefunden hat, fühlt sich das immer noch wie ein Weg an, sich von Schuld und Verantwortung für seine Taten freizusprechen. Nur Chris weiß, ob sein neues Leben als Diener Gottes real oder echt ist, aber natürlich werden die Leute sehr skeptisch sein, dass seine Reue erst aufkam, nachdem ihm klar wurde, dass er für den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen wird. Und genau das ist es, da muss ich kurz was dazu sagen. Das ist bei ganz vielen so und das wird einem aber auch so beigebracht. Du kannst so ein beschissener Mensch wie möglich sein, du kannst so viele Menschen verletzen, über den Tisch ziehen, du kannst der böseste Mensch der Welt sein. Aber wenn du kurz bevor dem elektrischen Stuhl deine Buße abgibst und Buße tust, ist es ja eigentlich schon so, dass dir Gott alle, alle Schuld abnimmt, dann zählst du drei, vier Mal Vaterunser auf und meistens, also wird es einem erzählt, ist es ja dann eigentlich gut. Vielleicht werden jetzt nicht alle Taten abgenommen, aber es ist natürlich sehr vorzeigefreudig, wenn du die letzten Jahre deines Lebens ein Diener Gottes bist. So gibst du deiner Tat ja dann doch irgendwie einen Grund und etwas Gutes, weil jetzt ist ja schon das Kind in den Brunnen gefallen, jetzt machen wir auch mal was Gutes draus, das profitieren wir mal davon und andere profitieren jetzt auch davon. Wir schauen, dass wir da jetzt einfach Diener Gottes werden und anderen Menschen helfen und sind halt jetzt gut. Ja, das ist ziemlich einfach. Also ich weiß nicht, ich glaube viele von euch verstehen eigentlich meinen Zynismus und Sarkasmus nicht ganz so. Ich brauche da so einen Knopf von Stefan Raab, auf den ich draufdrücke und sage, das war jetzt gerade sarkastisch, weil ganz so einfach ist es nämlich nicht. Ihr wisst, wie ich zur Theologie stehe und es gibt einige Diskussionen. Wenn ich dann die Frage stelle, warum ist es dann so, kriege ich dann eigentlich nie eine Antwort oder wenn dann ein Bibelfers und dieser Vers beantwortet meine Frage auch nicht. Ich bin, tut mir leid, nur mal ein wissenschaftlicher Mensch. Es gibt Fragen, die kann man nicht mit, das hat Jesus gesagt oder das hat Jesus gemacht, weil ich war nicht dabei und ich habe auch keine Bildaufnahmen. Ich kann jetzt nicht wirklich sehen, dass es so gewesen ist. Ja, mein altes Buch. Deswegen ist es für mich keine Antwort, mal davon abgesehen, dass die Antworten in der Bibel einfach nicht klar genug sind. Also wenn ich jetzt damals so in meinen Prüfungen geantwortet hätte, mit solchen Antworten, mit solchen zwischen den Zeilen und nicht ja und nicht nein, wäre ich jetzt keine Therapeutin geworden, da hätte ich niemals eine Zulassung für bekommen. Also ich bin halt einfach anders gestrickt. Deswegen ist es für viele Leute einfach so ein kleiner Ausweg raus und ein Grund, warum alles passiert ist, damit sie nachts schlafen können. Wenn die Menschen durch die Bibel ein besserer Mensch werden und anderen helfen können, dann ist es eine sehr gute Sache. Dann ist es wunderbar, dann ist es ja toll, dass es so ist. Aber ich glaube nicht, dass man sich das so einfach machen kann. Naja. Chris sagte Cadell auch, dass er glaubt, dass er eines Tages aus dem Gefängnis entlassen werden kann, wenn er sich weiterhin gut benimmt, obwohl er zu lebenslänglich ohne Bewährung verurteilt wurde. Da er sich im Gefängnis immer noch von seiner besten Seite zeigt, hofft er, eines Tages entlassen zu werden und versucht, andere davon zu überzeugen, dass er keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt, wenn er frei kommt. Wie sollen wir glauben, dass er aufrichtig ist, nach allem, was er getan und gelogen hat? Es wirkt einfach hohl, als ob er versucht, die Öffentlichkeit zu manipulieren. Mit dieser Taktik will er seine Ziele durchsetzen und hoffentlich erreichen, was er will. Ein Leben außerhalb des Gefängnisses Kann jemand sowohl ein Narzisst als auch ein Psychopath sein? Natürlich ist das möglich, dass Chris ein primärer Psychopath mit anderen komorbiden Störungen, wie zum Beispiel kommunalen Narzissmus sein könnte. Ich persönlich glaube nicht, dass die meisten Menschen in kleine Kästchen mit Diagnosen passen und Chris vielleicht auch nicht. Der Mensch ist sehr komplex und es gibt noch so viel, was wir über viele dieser Zustände nicht verstehen. Es wird unmöglich sein, endgültig zu wissen, was los ist, aber Wissen ist Macht. Es bleibt zu hoffen, dass ein besseres Verständnis dieser Erkrankung und ihrer Erscheinungsformen die Diskussionen darüber vorantreiben wird, wie wir Menschen, die zur Gewalttätigkeit neigen, frühzeitig erkennen und angemessen behandeln können. Um beim Thema Narzissmus zu bleiben. Die Beziehung zwischen Chris und Shanann verlief wie alle anderen narzisstischen Missbrauchsbeziehungen auch, aber ihre war ein wenig anders als die Norm. Das ist vielleicht einer der Gründe, die diesen Fall psychologisch so überzeugend machen. Viele Menschen, die eine Beziehung mit einem Narzissen hatten, wissen, dass die Maske des Narzissen ziemlich schnell fallen kann. Menschen in Beziehung mit verdeckten Narzissen können hinter verschlossenen Türen unter Missbrauch leiden, aber der Rest der Welt kann ihren Partner als großartig ansehen. Nach all den öffentlichen dokumentierten Beweisen für die Beziehung von Chris und Shanann zu urteilen, muss der Missbrauch durch Chris so subtil gewesen sein, dass er unbemerkt blieb. Wie Shanann in schockierten Texten mit Freundinnen feststellte, kamen diese Probleme aus heiterem Himmel, als sie und die Mädchen nach North Carolina fuhren. Shanann war verblüfft, weil sie und Chris noch nie nennenswerte Probleme in ihrer Beziehung gehabt hatten. Selbst wenn sie Meinungsverschiedenheiten oder Raufereien hatten, waren sie nicht mehr als das, womit jedes normale Paar zu kämpfen hat. In den ganzen acht Jahren, die sie mit Chris verbracht hatte, hatte er sich ihr gegenüber immer nur auf die gleiche Weise verhalten und nur sechs Wochen nach ihrem Ableben hatte er sich von Mr. Hyde in Dr. Jekyll verwandelt. Ja, aber das ist wieder der Punkt, was ich vorher angesprochen hatte. Das hat jetzt eher weniger damit mit psychopathischen Zügen oder Narzissmus oder sonst irgendwas zu tun. Das ist halt einfach auch nicht, das wird jetzt so hingestellt, als ob Niki da war und auf einmal ist die Welt stehen geblieben und er war unglaublich überrascht von ihrer äußeren und inneren Schönheit. Der hatte damit schon von Anfang an zu kämpfen gehabt. Und ich persönlich glaube, dass das eine Schattenseite des MLM-Marketings gewesen ist, weil er absolut introvertiert ist und es überhaupt nicht gemocht hat, dass seine Frau ihn die ganze Zeit in die Öffentlichkeit gezogen hat, weil ich bin nämlich auch so, ich mag das auch gar nicht so. Ich kriege da oft Anfragen, ob ich nicht irgendwie so Product Placements machen möchte und ich denke mir so, aber ich bin einfach nicht der Mensch dafür, der die ganze Zeit Sachen in die Kamera hält. Ich habe es probiert, es ist nicht mein Ding. Und es gibt Menschen, die werden da einfach mit reingezogen. Da heißt es dann, du bist jetzt im Hintergrund, weil wir haben jetzt ein perfektes Leben, das müssen die Leute sehen. Er will das aber gar nicht. Und das kann schon sein, dass das ein Grund gewesen ist, dass er dann einfach schon irgendwie aus, wie sagen sie, aus heiterem Himmel, er hat halt einfach sich die ganze Zeit verstellt, bis er dann gemerkt hat, hey, es geht auch anders. Und dann ist er halt eiskalt geworden, weil er sich gedacht hat, ich schließe jetzt ab mit dem Scheiß, weil ich will das ja eh nicht. Also so aus heiterem Himmel war das dann wahrscheinlich gar nicht, weil ist es eigentlich nie. Es ist nie wirklich aus heiterem Himmel. Da brodelt im Hintergrund schon was. Chanel erklärte, sie wisse nicht mehr, wer er sei. Sie weinte tagelang aus Verwirrung, Schock und Angst, ihre Ehe und Familie zu verlieren. Am Anfang ging Chris durch die typischen Bewegungen, wie eine narzisstische Person jemand verfolgen würde. Wie bereits erwähnt, befand sich Chanel, als er sie kennenlernte, aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation und ihrer Scheidung am Tiefpunkt ihres Lebens. In dem bereits in diesem Buch erwähnten Facebook-Video beschreibt sie ihre Versuche, ihn wegzustoßen, während er sie unablässig verfolgte. Chris blieb in ihrer Nähe, bis er sie für sich gewinnen konnte. Narzisstische und psychopathische Typen machen Jagd auf schwächere Menschen, weil sie ein Gefühl von Kontrolle und Macht brauchen. Chris machte sich auf eine Art und Weise wertvoll, die er nur kannte, indem er sich als hilfreich und besonders erwies, indem er sich von den Stereotypen-Typen abhob. Er begleitete sie nach nur zwei Monaten zu einer Darmspiegelung. Er war stolz darauf, dass er ihr mit einem Auto aus dem Autohaus half, bei dem ein Rad abzufallen drohte. Ihm gefiel die Tatsache, dass er hilfsbereit war, genau wie ihr Vater. All dieses Lob ließ ihn glauben, dass er der Besondere sei. Das ist es, was narzisstische Typen brauchen. Treibstoff, der ihnen das Gefühl gibt, dass sie etwas Besonderes sind, mehr als alle anderen. Das ist auch die Art und Weise, wie Chris die Menschen für sich gewann und sie dazu brachte, ihn so sehr zu mögen. Sandy erzählte Shanann, Chris sei ihr von Gott geschickt worden, nachdem Shanann sie zu Beginn der Beziehung angerufen und ihr erzählt hatte, dass Chris sie stundenlang auf seinem Schoß schlafen ließ und sie nicht störte, obwohl er pinkeln musste. Wir wissen jetzt, dass Chris diese Art von Lob wahrscheinlich brauchte, um seinen Glauben an seine Einzigartigkeit weiter zu bestätigen. Es wäre kaum vorhergedacht, gewesen, dass Chris sich zu dem Verbrecher entwickeln würde, zu dem er wurde, aber nach acht Jahren trat die Phase der Abwertung ein. Zu diesem Zeitpunkt hat die narzisstische Person sie bereits für sich gewonnen und sie beginnt, grausam und missbräuchlich zu werden. Geistig, emotional, körperlich, sexuell oder alle vier. Chris begann, Shanann abzuwerten, als seine Affäre mit Nikki immer ernster wurde. Stellt euch vor, wie überrascht und verwirrt Shanann war, dass sich die Person, die sie so gut zu kennen glaubte, so radikal veränderte. Dabei war er die ganze Zeit, in der er sie kannte, so beständig gewesen. Zu Beginn seiner Beziehung mit Nikki sagte er, Shanann immer noch das, was sie hören wollte. Ein Beispiel dafür sind die Textnachrichten zwischen Chris und Shanann vom 10. Juli 2018. Hey, bist du okay? Es ist, als ob du nicht reden willst. Ich habe immer wieder versucht zu reden und ich musste es aus dir herauskitzeln, meinte Shanann. Chris antwortete, Mir geht's gut, Baby. Die letzten paar Tage auf der Arbeit haben mir eine Menge Verantwortung mit neuen Leuten aufgebürdet. Ich wollte nicht kurz angebunden erscheinen, aber ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Obwohl Shanann wusste, dass etwas anders war und sich nicht richtig anfühlte, ließ Chris sie glauben, dass alles in Ordnung war. Das war frustrierend für sie, denn sie wusste, dass etwas nicht stimmte, aber sie war sich nicht sicher, was. Chris gab ihr das Gefühl, verrückt zu sein und setzte sie unter Druck. Da Chris anscheinend keine wirkliche Bindungen zu seiner Familie hatte, abgesehen von einem Wert, fiel es ihm leicht, alles wegzuwerfen, wenn er keine Verwendung mehr für sie hatte. Als Chris bei Shanann in die Abwertungsphase ging, brachte er sie dazu, sich so schlecht zu fühlen wie noch nie in ihrem Leben. In den Wochen, in denen er Shanann und die Mädchen abwertete, zeigten zahlreiche Textnachrichten Shananns verstörten Gemütszustand. Für Menschen, die die Abwertungsphase noch nie erlebt haben, ist es unglaublich verwirrend zu sehen, wie eine Person, die einen einst auf einen Podest gestellt hat, plötzlich so grausam, kalt und gefühllos zu einem ist. Man ist etwas ungläubig, weil man das Gefühl hat, dass die alte Person, die so freundlich, lieb, anbetend und gebend war, immer noch da ist. Die traurige Wahrheit ist, dass die wirkliche Person die Grausame ist, die kein Einfühlungsvermögen für einen selbst hat. Wenn man so etwas noch nie erlebt hat oder wenn die Veränderung so abrupt und schockierend ist, kann es unglaublich schwierig sein, sie zu verarbeiten. Für Shanann war es nicht nur schwierig, dies zu verstehen und zu verarbeiten, sondern sie musste auch an andere wichtige Faktoren denken, wie ihre Töchter, ihren ungeborenen Sohn und ihre Finanzen. Sie hatten beide bereits Konkurs angemeldet, vor allem wegen der vielen Arztrechnungen von Shanann und den Mädchen, sowie einer hohen Hypothek. Selbst wenn Shanann geahnt hätte, dass mit Chris etwas nicht stimmte, hätte sie nicht genug Zeit gehabt, um alles zu verarbeiten, weil es so schnell und plötzlich bergab ging. Shanann war eine starke und unabhängige Frau. Sie zog in Erwägung, Chris zu verlassen und sprach mit Freunden offen über diese Möglichkeit. In Textnachrichten boten ihre Freundin Cassie und ihr Mann Josh sogar an, Shanann und die Kinder bei sich aufzunehmen, wenn sie eine Bleibe bräuchten, falls sie Chris verlassen würde. Hätte sie mehr Zeit auf dieser Erde, hätte sie das Angebot sicher angenommen. Chris hat Shanann getäuscht, indem er ihr unmittelbar vor ihrer Hinrichtung falsche Hoffnung gemacht hat. Sie war recht optimistisch, bevor sie zu ihrer letzten Reise nach Arizona aufbrach, wenn man sich ihren Text an Chris anhört. Die Ausmusterungsphase, in diesem Fall die endgültige Ausmusterung, ist der Moment, in dem die narzisstische Person endgültig mit dir fertig ist. Das ist dann der Fall, wenn sie keine Verwendung mehr für dich hat und du ihr nicht mehr den Nachschub liefern kannst, den sie braucht. Chris hatte in Nikki eine neue Quelle der Versorgung und Bewunderung für sich selbst gefunden und sein altes Leben hatte für ihn keinen Sinn mehr. Tatsächlich war sein Leben in den letzten acht Jahren zu einem Hindernis geworden, um das zu bekommen, was er wollte. An dieser Stelle kamen auch die Schuldzuweisungen und die Wut auf Shanann ins Spiel. Shanann und damit auch die Kinder wurden zum Grund dafür, dass er nicht bekommen konnte, was er wollte. So kam er zu dem Schluss, dass die einzige Möglichkeit, das zu bekommen, was er wollte, darin bestand, das alte Leben einfach zu vernichten und zwar buchstäblich. Ausrangieren ist das treffendste Wort für das, was Chris seiner Familie angetan hat und wie er es tat. Er versenkte die Körper seiner Töchter in Rohöl und warf seine schwangere Frau mit dem Gesicht nach unten in ein flaches Grab. Als wären sie Müll, der auf die Mülldeponie gebracht wird und nicht unschuldige menschliche Wesen. Die Art und Weise, wie Chris mit seinen Problemen umgeht, ist der größte Indikator dafür, wie gestört sein Geist ist. Während Shanann versuchte, ihre Probleme auf emotional gesunde Weise zu bewältigen, indem sie bereit war, zur Beratung zu gehen, Beziehungsbücher zu lesen und an sich selbst zu arbeiten, beschloss Chris, dass kalkulierte Hinrichtung seine beste Option sei. Vielleicht in dem Versuch, sich von all seinen Sünden freizusprechen, gestand Chris Cadel, dass er keinerlei Gewissensbisse hatte, nachdem er die Körper seiner Familie versteckte. Für einen normalen Menschen ist es unmöglich, sich vorzustellen, dass die eigenen Kinder den gleichen Wert haben wie Müll, aber genau deshalb ist es so wichtig, das Profil einer Person mit psychopathischen und narzisstischen Zügen zu verstehen. Sie sind sehr gefährlich. Wenn Chris über Shanann, Bella und Cece spricht, scheint er, sie als Objekte zu betrachten, die nur nützlich waren, wenn sie ihm etwas brachten. Sein Interesse an anderen Menschen galt nur dem, was sie ihm geben konnten. Selbst wenn er sagt, dass er seine Taten bereut, geht es nicht darum, dass er seine Familie vermisst, dass er Nico nicht kennengelernt hat und seine Töchter nicht aufwachsen sehen konnte. Es geht viel mehr um seine Trauer darüber, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen muss. Ich schaue jeden Tag nach draußen. Was würden wir jetzt tun? In diesem Moment hätte ich eine Fünfjährige, eine Dreijährige und wahrscheinlich einen einmonatigen Sohn und eine wunderschöne Frau und jetzt bin nur noch ich da. In dieser Erklärung geht es wieder einmal nur um ihn und darum, was er hätte haben können, wenn er nicht die verdorbenen Entscheidung getroffen hätte, die er getroffen hat. Er bemitleidet sich selbst und nicht, dass seine Familie für immer verloren ist. Als Chris seine Rolle als Vater beschreibt, meinte er, alles, was ich mein ganzes Leben lang wollte, war ein Vater zu sein und Kinder zu haben, die mich lieben. Beachtet man, dass er ausdrücklich sagte, er wolle Vater werden, um Kinder zu haben, die ihn lieben und nicht, um Kinder zu haben, die er lieben kann. Das liegt daran, dass er vielleicht nicht die Fähigkeit hatte, jemanden wirklich zu lieben, obwohl er sicherlich das Bedürfnis hatte, von anderen Menschen geliebt zu werden. Leider scheint die Bindung zu seinen Kindern eine narzisstische zu sein. Es ging ihm nur darum, was sie ihm gaben. Liebe, Aufmerksamkeit, einen Sinn für ihn oder einfach nur darum, dass er für andere Menschen gut aussah. Chris spricht nie in einer liebevollen oder anhänglichen Weise über seine Mädchen. Nachdem er sie umgebracht hat und in Medien Interviews gab, in denen er vorgibt, verzweifelt zu sein, klingt seine Rede über das Vermissen der Mädchen distanziert und einstudiert. Er zeigt keine Emotionen, wenn er meint, er vermisse es, wenn sie ihm Chicken Nuggets zuwerfen. Er erwähnt mit keinem Wort, dass er Aspekte vermisst, nach denen sich Eltern sehnen würden, mit ihnen zu kuscheln, ihr Lachen zu hören und mit ihnen zu spielen. Selbst als er von den Ermittlern befragt wird, findet er nicht einmal nette Worte für seine Töchter. Stattdessen beginnt er zu sagen, die Mädchen seien herrisch wie ihre, unterbricht sich aber, bevor er Mutter sagt. Er ist so weit von seinen eigenen Kinnen entfernt, dass ihm, nachdem er sie umgebracht hat, nur noch einfällt, sie als herrisch zu beschreiben. Es ist interessant, Chris über seine Erinnerungen an Chanel sprechen zu hören. Es ist, als wäre sie ein Objekt für ihn gewesen, vielleicht sogar eine Trophäe. In Cattles Buch spricht er über ihre bezaubernde Schönheit und wie sie an ihrem Hochzeitstag aussah. In seinem Geständnis bei den Strafverfolgungsbehörden räumte er ein, dass sie ein guter Mensch war, der sich um andere kümmerte, aber jede Art von Bindung, die er zu ihr hatte, fühlte sich oberflächlich an. Während er über Nikki spricht, sagt er eigentlich nichts über ihre Persönlichkeit. Er hebt jedoch hervor, wie er sich bei ihr gefühlt hat. Er hatte das Gefühl, dass sie ihn mit Respekt behandelte, aber auch hier ging es darum, welches Bedürfnis diese Frauen für ihn erfüllten. Es ging nicht darum, wer sie waren. Menschen mit narzisstischen Zügen glauben vielleicht tatsächlich, dass sie andere Menschen lieben, aber Liebe bedeutet für sie, andere zu benutzen, um ihnen das zu geben, was sie brauchen. In Können sich Narzissten ändern, sagte Autor Craig Malkin, selbst wenn sie sich in jemanden verlieben, der mehr sein könnte als nur ein anhimmelnder Fan, jemand, der die Hoffnung auf eine authentischere, dauerhafte Liebe bietet, leben Narzissten immer noch mit der lehmenden Angst, dass sie irgendwie als unwürdig eingestuft werden könnten. Das ist es, was offenbar mit Chris geschah. Tief in seinem Inneren wusste er nicht, dass er unwürdig war, sondern auch, dass jemand irgendwann herausfinden würde, wie er wirklich war und dass er das Gegenteil von dem gewesen ist, was er nach außen hin darstellte. Wir wissen, dass er sich unwürdig fühlte, denn er gab zu, dass er sich weniger wert fühlte als Shanann und dass sie klüger war als er. Das hat er ihr übel genommen. Anfangs war er begeistert, dass Shanann, die schön, klug und ehrgeizig war, ihn gewählt hatte. Das gab ihm das Gefühl, wichtig zu sein. Aber dann fühlte er sich von ihr einfach bedroht. Da Chris emotional so verkrüppelt und unreif war, konnte ihn jede Art von positiver Aufmerksamkeit, die ihm das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein, anstecken. Nickis Interesse überraschte ihn, weil er diese Art von Aufmerksamkeit von Frauen noch nie erhalten hatte. Er lebte von Lob, Aufmerksamkeit und dem Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Als Nicky also ständig Sex von ihm wollte und sich für das zu interessieren schien, was er zu sagen hatte, dachte er, dass das, was in ihm aufgewühlt wurde, zum ersten Mal Liebe sein könnte. Shanann liebte Chris, aber sie waren schon lange zusammen und befanden sich nicht mehr in der Flitterwochenphase, in der alles neu und aufregend ist. Das ist bei fast allen Langzeitbeziehungen der Fall, wenn die Flitterwochen vorbei sind. Die Paare fangen irgendwann an, sich zu streiten, sich zu ärgern und leider schlägt das manchmal in bittere Verbitterung um. Nicky und Chris befanden sich auf dem Höhepunkt der Flitterwochenphase. In dieser Beziehung kann die Person, mit der man zusammen ist, nichts falsch machen. Daher ist es völlig unangebracht, dass Chris die beiden Beziehungen miteinander vergleicht. Ja, wie so bei vielen Sachen, das war jetzt echt ein sehr, sehr langes Kapitel. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich habe jetzt viel dazu gesagt und ich würde mich interessieren dafür, was ihr dazu zu sagen habt. Ob ihr das irgendwie bestätigen könnt, was die Autorin hier sagt oder ob ihr da irgendwie auch schon so Vergleiche gesehen habt. Tatsächlich stimmt das mit der rosa-roten Brille, die man aufhat. Es gibt aber tatsächlich Leute, die das immer noch empfinden nach zwei, drei Jahren oder auch nach mehreren Jahren Ehe. Es gibt Menschen, die sind lösungsorientiert und loyal und es gibt Menschen, die tauschen gerne aus, die probieren gerne neue Dinge aus. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Menschen. Kann man jetzt so pauschal nicht sagen, dass jemand jetzt nur zwei Wochen, Flitterwochenphase hat oder es gibt Menschen, die schaffen das tatsächlich nochmal neu aufzuflammen. Gehen nach 14 Jahren Ehe immer noch jedes Wochenende essen und fühlen sich genauso wie am ersten Tag. Das ist nicht nur, das liegt nicht nur daran, dass man jetzt die große Liebe erwischt hat. Es liegt aber auch daran, dass man arbeitet und dass man akzeptiert, dass kein Mensch perfekt ist. Das geht dadurch, dass der eine Partner akzeptiert, dass es ihm nicht zusteht, jemanden zu ändern. Der andere Partner muss im Gegenzug aber dazu verstehen, dass er sich ändern muss, wenn alles gut läuft. Das ist immer so, dass man sagt immer, mein Partner muss mich akzeptieren, friss oder stirb, ja, dann sterbe ich lieber, weil viele Menschen sind wirklich sehr, sehr kalt und verletzen viele Menschen. Und wenn ich dann zu dir sage, hey, das war nicht in Ordnung, das war echt unter der Gürtellinie und der andere sagt dann, ja, so bin ich halt, dann, ja gut, dann bist du halt so, dann stirb halt allein. Weil das ist eigentlich auch nicht so. Also der eine sollte sagen, du, das war ein bisschen zu viel und der andere sollte sagen so, ja, tut mir leid. Ganz einfach, der eine müsste sagen, es steht mir nicht zu, dass du dich änderst, aber irgendwie hat mich das verletzt und dann liegt es am anderen, dass der andere es dann ändert. Das war ja bei Chris und Chanel jetzt auch nicht so der Fall, irgendwie, wie wir das jetzt so rausgefunden haben. Chris hat gesagt, das stört mich. Chanel hat gesagt, ja, ist halt so. Danach hat er Chris gesagt, er hätte mehr mit ihr reden müssen und Chanel hat ja auch ständig gefragt, was ist denn los? Also irgendwie ist da alles ein bisschen verhext gewesen, weil mit Niki konnte er ja schon ganz gut reden und da konnten sie ja auch an dem Problem arbeiten. Also irgendwie ist das alles ein bisschen, hm, ja, verrätselt, sagen wir es so. Ich danke fürs Zuhören und entlasse euch jetzt nach diesen langen, langen Minuten und bin auf eure Kommentare gespannt und bitte bleibt freundlich, gell? Dankeschön. Bis bald. Sä la vie, es ist wie so ein Bild, das sich ersetzt, da warst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt, du und ich schon verschwommen, mir gibt's nur um simple Recht, doch ich hab genug gesehen, nimm Tuch und wisch es weg. Sä la vie, es ist wie so ein Bild, das sich ersetzt, da warst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt, du und ich schon verschwommen, mir gibt's nur um...